Dann herzlich willkommen zum Stonewalls Lego News Podcast Folge 191. Mein Name ist Rick. Und mein Name ist Lukas. Hallo. Hallo, hallo Rick, hallo Lukas. Wir sprechen heute wieder über ganz viele verschiedene Lego-Themen. Unter anderem geht es heute um moderat spannende Themen, wie neue Sets von Lego Dots, Lego Classic und ein paar neue Lego Disney Brickheads. Dann sprechen wir natürlich noch mal über einen geheimnisvollen Teaser von Lego-Designer Markus Besser. Einen neuen Lego-Marvel-Helm, der kürzlich vorgestellt wurde. Und ja, es wird auch heute um sehr viele neue Infos und Leaks zu ganz vielen diversen Themen gehen. Unter anderem um Ninjago und Herr der Ringe. Und ja, ich freue mich. Danke. Ich auch. Danke. Ui, 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 ui. Ja, wir haben ein... Das Intro kam echt überraschend für mich gerade. Ja, es kam... Es ist ja alles immer noch so neu. Wir haben auch heute eine ziemlich volle Themenplanung. Hatten wir schon lange nicht mehr in der Form, würde ich sagen, oder? Stimmt, ja. Lange nicht mehr so viele News gehabt wie in dieser Woche. Und ja, es macht Spaß auf jeden Fall. Ich freue mich auf ein paar Themen ganz besonders, vor allem zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen. Noch nicht alle Themen dazu im Blog online sind. Das ist immer so ein bisschen so ein... Ja, schauen wir mal, ob der Artikel noch rechtzeitig fertig wird. Ansonsten haben wir hier exklusiv mal im Podcast über ein Thema gesprochen, was im Blog noch gar nicht zu finden ist. Aber auch das kann natürlich mal passieren. Ja, das finde ich aber auch gut. Also so, gerade so, wenn man persönlich ein bisschen involviert ist, manche Sachen zum Beispiel, könnte man ja auch drüber reden, die man nicht zeigen will im Prinzip. Also gerade so, was Leaks angeht, finde ich, ist es ja immer so ein Ding, wo man tatsächlich gut drüber reden kann, aber nicht zeigen kann. Weißt du, wie ich meine? Oder will. Ja. Ja, das ist... Ja, also das ist ja unsere eigene Doktrin, die wir da festgesetzt haben, dass wir uns da an diesem... Ähm... An diesem... Fairen Hand... An der fairen Handhabung mit Lego ein bisschen entlanghangeln. Genau. Wir picken uns die Regeln raus, die uns gefallen, könnte man böserweise sagen. Das ist ja der Vorteil, wenn man kein Record-Laced-Lego-Fan-Medium ist. Richtig. Ähm, ja, lass uns direkt mal kurz in den Bereich von Feedback einsteigen, weil wir haben unter anderem zwei Kommentare bekommen, wo es Feedback noch zum Podcast gab, wo wir auf ein paar kleine Themen noch eingehen wollen. Mhm. Ähm, zum einen haben wir einen Kommentar von Sam Brick bekommen, den ich auch schon sehr ausführlich im Blog beantwortet habe, aber so die Quintessenz wollen wir hier dann doch nochmal kurz besprechen. Ähm... Sam Brick bemerkt nämlich unter anderem, dass der Podcast jetzt zukünftig anscheinend ein bisschen weniger als zwei Stunden lang ist und ihm fehlt da auch so ein bisschen die persönliche Note. Nein! Ähm, äh, doch, oh. Oh! Äh, also, tatsächlich ist, also, dass der Podcast jetzt weniger als zwei Stunden lang ist, ist ein bisschen, was heißt ein bisschen Absicht? Nee, das ist volle Absicht, das kann man nicht anders sagen. Also, ähm, es hängt aus meiner Sicht mit zwei verschiedenen Themen zusammen. Zum einen konsumiere ich persönlich zumindest lieber mittlerweile Podcasts, die ein bisschen weniger lang sind. Ähm, aber das aus meiner Sicht wichtigere Thema ist der Aufwand, den die Produktion des Podcasts so ein bisschen mit sich bringt. Und, äh, obwohl der neue Hoster, den wir haben, super ist und die neuen Sachen wie die Timecodes, die wir direkt einfügen und die Kapitelbilder, das sind alles tolle Sachen, die kosten nur viel mehr Zeit als früher. Ähm, und mein Beispiel ist dann so, wenn wir halt einen dreieinhalb Stunden Podcast aufnehmen und dann noch eine halbe Stunde vor und eine halbe Stunde Nachgespräch haben und das Ganze dann noch geschnitten und hochgeladen und vorbereitet werden muss, dann ist halt ein acht Stunden Arbeitstag komplett für den Podcast draufgegangen sozusagen. Mhm. Und, ähm, wenn wir dann die Aufnahme wenigstens ein bisschen kürzer halten können, dann haben wir die Chance, das mit den Timecodes und so alles in derselben Zeit wie damals hinzukriegen, hoffentlich. Ähm, das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Letzte Woche ist das nicht so gut gegangen. Ähm, da gab's nämlich auch das Feedback, äh, dass bei deiner Tonspur manchmal ein bisschen so Aussetzer waren und, ähm, da eine Backup-Tonspur zu hören war und, äh, ja, das war ein bisschen, äh, da haben auf deiner Haupt-Tonspur manche Abschnitte einfach gefehlt. Das verstehe ich tatsächlich überhaupt nicht. Also ich bin da völlig überfordert. Ja, das ist seltsam. Vielleicht brauche ich, also mein Rechner ist ja schon auch alt, vielleicht muss der einfach, äh, mal irgendwann ausgetauscht werden. Keine Ahnung. Ja, ich weiß auch nicht, woran es liegen könnte. Ähm, wir gucken uns das heute mal an, ob das dann in der Aufnahme wirklich so ist oder nur im Export stattfindet. Vielleicht kann man da, da noch irgendwie was dran, äh, dran drehen. Ähm, aber ansonsten, wir haben ja immer die Backup-Tonspur und die kann man im Notfall, Notfall nehmen. Aber es macht den Schnitt tatsächlich deutlich aufwendiger. Also von gar nicht schneiden hin zu an irgendwie letztes Mal 50 Stellen schneiden, weil irgendwo was, äh, weggefallen ist, ist halt ein gestiegener Aufwand. Ich meine, das ist jetzt, das ist jetzt totales Interna, aber, ähm, du kannst mir das halt auch nochmal sagen, wenn das, äh, wieder der Fall ist, dann kann ich dir, ähm, zumindest meine Spur aus dem Backup exportieren als Einzelspur mit einer sehr hohen Qualität. Also ich lasse dir das Backup immer nur in einer sehr schlechten Qualität zukommen, damit du dich dann langhangeln kannst. Ja, wir gucken mal. Also ich kann das nochmal exportieren. Äh, wir testen das heute mal, äh, ich höre da direkt mal rein, ähm, sobald wir fertig sind, dann können wir direkt, äh, das reparieren. Genau, aber soviel zum Thema, zu den Interna. Ja, du hast eben gesagt, dass es auch weniger persönliche Note gibt, äh, ist das nicht auch ein bisschen beabsichtigt? Jein, also ich hätte, also der Teil, der daran insofern beabsichtigt ist, ist natürlich der Fokus, die Fokusänderung ein bisschen hier im Podcast weg von, äh, wir reden erstmal anderthalb Stunden privat und danach noch, ähm, eine Stunde über Lego, äh, hinzu. Wir fokussieren uns schon auf die Lego-News und sprechen danach dann noch über die Themen, die uns wirklich bewegt haben und grenzen das zumindest auch ein bisschen ein. Dass halt nicht mehr 20 Punkte nachher in so einer, äh, ehemaligen Therapiestunde stehen, sondern halt dann eher ein paar weniger. Und wir uns auf die Dinge, äh, begrenzen, die uns wirklich irgendwie beschäftigt haben. Und ich für mich persönlich hab mir einfach vorgenommen, ähm, oder hab das Gefühl, dass ich nicht alles aus meinem privaten Privatleben erzählen muss, sondern eher aus dem Privatleben, was man auch in einem Podcast gut erzählen kann. Und da fallen dann vielleicht manche Dinge raus, die einen wirklich in der echten Welt beschäftigt haben, aber ich hab heute auf jeden Fall eine Sache, die mich gestern durchaus viel beschäftigt hat, über die ich mich sehr geärgert hab. Ich hab eine typische, oh Mann, was ist da Lukas schon wieder passiert-Geschichte, ähm, und, äh, die, ja, also es wird heute auf jeden Fall genug Off-Topic, ähm, Erzählung geben, denk ich mal. Und ich glaube, die persönliche Note, ähm, die, die wird nicht verloren gehen. Aber ich denke, es ist ja irgendwie auch verständlich, ich weiß nicht, wie du das siehst, Rick, aber dass, äh, dass manche privaten Dinge vielleicht auch einfach privat sind. Ja, ich bin da ja komplett das Gegenteil von dir. Ich bin ja so der Gläserner Rick. Ähm, so hab ich dir jetzt hier... Dann bringst du die Personality in dem Podcast. Und ich bin die Maschine, die die News vorliest. Nee, so seh ich das nicht. Ich, ähm, ähm, ich, ich bin einfach nur, ich kotze mich halt einfach gerne aus. Dafür ist ein Podcast für mich das allerbeste Medium für mich persönlich, aber... Ich fühlte, das könnte heute wieder passieren. Ich hoffe, wir können das ein bisschen nach hinten hinaus zögern. Ja, ich hab, ich hab auch schon Schimpfe gekriegt, dass ich zu viele Punkte auf meiner, äh, Liste hab und hab da tatsächlich noch mehr, äh, ergänzt, äh, selbst nachdem du... Ja, es ist einfach alles raus, ist ja kein Problem. Voll gut. Ähm, ähm, genau. Ja, aber wieso sollte man denn, äh, diesen Podcast hören, wenn man, äh, Quatsch am Bauen, äh, schon gehört hat? Äh, das ist nämlich auch ein Kritikpunkt von Sam Brick. Äh, der sagt, das ist so ein bisschen redundant. Ähm, äh, hätte die Themen dann schon bei Quatsch am Bauen gehört und, ähm, würde hier eigentlich nicht viel Neues, äh, erfahren. Wie, was ist denn da passiert? Also einmal, das haben wir ja ein bisschen insofern angegangen, dass jetzt ein bisschen mehr Zeitraum zwischen den, den Themen liegt und, äh, zwischen den beiden Aufnahmen liegt und dadurch auch, äh, die Themenüberschneidungen ein bisschen weniger sind. Ich verstehe schon, dass man sich bei Quatsch am Bauen so der Wunsch da ist, hey, kann man nicht jedes Mal so einen Jago City Gardens Stream irgendwie machen oder sich ganz detailliert mit einem Thema beschäftigen. Ähm, manchmal geht das und wenn wir das wöchentlich machen wollen, gibt's aber auch manchmal dann halt Folgen, wo wir halt einfach sagen, wir bauen irgendwas, was jetzt nicht so super spannend ist, wo man nicht einen gesamten Stream drauf basieren will und dann spricht man halt über die News, die uns interessieren. Aber das ist bei Quatschen und Bauen immer sehr ausgewählt. Wir sagen nur die Sachen, über die wir auch unbedingt reden wollen, die wir spannend finden, wo wir was zeigen können. Ähm, und, äh, hier haben wir ja schon eher auch ein bisschen einen Vollständigkeitsanspruch, würde ich sagen, im Podcast. Ähm, die, die relevantesten News der Woche zu besprechen, auch wenn wir die jetzt persönlich gar nicht so spannend finden würden. Das stimmt, ja. Deswegen, ja, wenn man beides konsumiert, dann muss man manchmal damit leben, dass ich vielleicht manche Sachen schon mal gesagt habe, ähm, aber, äh, zumindest, glaube ich, durch den Tag mehr Abstand, der auf jeden Fall zwischen den Aufnahmen liegt, ähm, und dann auch noch einen Tag mehr Abstand, der zwischen den Ausstrahlungen liegt, macht das, ähm, macht das auf jeden Fall mehr Sinn als früher. Ähm, ja, genau. Und dann, äh, noch ganz, ganz zuletzt, äh, hofft Sam Brigg auf den Bau der Finnhütte im Livestream. Ja, ähm, also, ähm, also, ich behaupte, es wird einen Livestream-Aufbau der Finnhütte geben. Ob der bei Quatschen und Bauen stattfindet? Man weiß es nicht. Vielleicht teilweise, vielleicht auch teilweise woanders. Vielleicht gibt's da nochmal die, äh, wird da nochmal ein Format wieder neu aufgelegt, das es früher mal gegeben hat. Ähm, was ich jetzt, glaube ich, letztes Jahr gar nicht gab. Bin gespannt. Ich freue mich drauf auf jeden Fall. Aber ja, äh, ich werde die, die Finnhütte bestimmt irgendwo bauen. Oha. Genau. Ja, äh, wir hatten noch einen weiteren Kommentar, also, wir hatten viele schöne Kommentare. Ähm, äh, unsere, ähm, unser Podcast-Producer hat, ähm, die von Tom allerdings noch mit raus, äh, gezogen. Äh, die ist auch, ähm, inhaltlich, ähm, ähm, sehr, sehr schön und interessant. Äh, wir haben uns jetzt, ähm, ähm, äh, darauf geeinigt, dass wir die Quintessenz darin sehen, dass, ähm, die Kritik ein bisschen, da besteht, dass wir einige Themen zu kurz besprochen hätten. Ähm, zum Beispiel, äh, dass die Falknerin sich nicht zum Army-Building, äh, lohnt aus der Minifiguren-Collector-Serie. Genau. Und, äh, äh, findest du, das ist ein valider Punkt? Äh, also, ich glaube, Tom bezieht sich da vor allem ja auf den, das alte Format des Podcasts, wo es, wo uns hinten raus so ein bisschen die Luft ausgegangen ist. Ähm. Ähm, deswegen hoffe ich, dass das jetzt auch ein bisschen anders ist, wobei, ne, auch heute, wir haben so viele Themen jetzt heute im Podcast vermutlich, wir werden nicht jedes Thema so ultraintensiv besprechen können. Und das ist dann halt der Punkt, wo er dann auch sagt, äh, ja, das wurde dann ja mit Jonas bei Quatschen und Bauen angesprochen mit diesem Army-Building. Ehrlich gesagt, mir war das nicht so sehr aufgefallen. Deswegen, äh, also dieses ganz konkrete Beispiel mit der Falknerin, ähm, ich hab da nicht so sehr drauf geachtet oder, äh, und als ich dann gesehen hab, hab ich gedacht, naja, vielleicht kann man den Arm irgendwie austauschen oder so, aber, also, perfekt ist die nicht zum Army-Building, das stimmt schon, aber ich glaub, zum Zeitpunkt, wo wir das hier besprochen haben im Podcast, war mir das, war mir das nicht aufgefallen. Und wenn wir über jedes Thema so intensiv sprechen würden, wie das manchmal bei Quatschen und Bauen passiert, ähm, dann ist der Podcast halt hier auch nicht drei Stunden oder vier Stunden lang, sondern zwölf. Und ich glaub, das können wir einfach nicht, äh, nicht leisten. Und deswegen, äh, versuchen wir hier vielleicht manchmal ein bisschen, ja, die Quintessenz auch aus den Themen rauszufiltern und über die Themen dann auch hier zu sprechen. Es gibt ja tatsächlich auch so Sachen, ähm, da hat man einfach noch gar keine so große Meinung zu, gerade wenn es so um Neuigkeiten geht, die, wo man, äh, nicht viel Info hat oder zum Beispiel bei mir ist es ja so, ähm, dass Army-Building selten, äh, eine Rolle spielt. Ähm, ja, ich hab mir jetzt, ähm, äh, so ein Vereins, ähm, so ein Sportverein zusammengebaut mit vielen verschiedenen, äh, Figuren, die dann quasi auf eine Reise gehen, ähm, oder ich hab mir, äh, einige, ähm, Fahrtfinder zusammengebaut, weil die im Wald, äh, campen sollen und ich da so ein bisschen, äh, vorausplane, ähm, wenn ich dann wieder bauen kann. Aber tatsächlich ist so, ähm, bei einer Falknerin denke ich dann halt schon wieder nicht, obwohl natürlich gerade der Armee-Bezug, äh, wirklich da ist, aber nicht dann ein Armee-Building, weil das halt nicht meine Welt ist. Deswegen sag ich dann zum Beispiel gar nichts dazu, ähm, im Gegensatz zu Quatsch und Bauen, wo halt genau sowas auch Thema wird, weil Jonas und auch du andere, andere, ähm, Blickwinkel auf etwas einnehmen. Deswegen finde ich auch gerade diese Kombination aus den verschiedenen, äh, Formaten ziemlich cool. Ja, ähm, das soll's dann an Feedback der letzten Woche gewesen sein. Es gab nicht ganz so viele Kommentare. Wenn ihr Feedback habt oder uns, ähm, irgendwas mitteilen wollt, dann könnt ihr entweder in die Kommentare schreiben, äh, entweder geht auf stonewars.de slash podcast oder ihr nutzt den von uns angelegten Kurzlink für jede Folge, ähm, unter stnw.rs slash Folge 191. Oder wenn ihr das nicht öffentlich machen wollt, schreibt uns eine Mail an podcast at stonewars.de und, ähm, ja, da bekommen wir die Infos dann auch. Und wenn das für den Podcast relevant ist, greifen wir das gerne auf oder, ähm, beantworten die Mail natürlich auch. Hat noch nie jemand genutzt bis jetzt? Also doch einmal, glaube ich. Einmal, eine Mail haben wir schon bekommen. Aber ist ja auch klar, wenn wir den Leuten, äh, 188 Folgen lang erzählen, ähm, ähm, um zu kommentieren, schreibt einen Kommentar, dann, äh, wird das wahrscheinlich auch die Haupt, äh, der Hauptweg bleiben. Ich finde das ja auch gut, ne? Also schreibt bitte weiter Kommentare. Es freut uns sehr, auch wenn wir die nicht mehr so im Detail vorlesen, ähm, ist Feedback und Anmerkungen zu den Folgen immer willkommen. Ihr könnt gerne diskutieren zu den Themen, die wir hier besprechen, entweder unter den, äh, dafür angelegten Blogbeiträgen oder halt eben im Podcast-Blogbeitrag. Ähm, genau. Und wie immer findet ihr unter dem kurzen Link dann noch alle Shownotes nochmal im Detail. Also, ach, das ist doch einfach schön. Ja. Was, was auch richtig schön ist, ist meine Meinung persönlich, äh, ist, äh, ein neues, äh, eine neue VIP-Premie, die, äh, verfügbar ist. Ähm, Lego 40 585, die Welt der Wunder. So quasi, ähm, ein Architecture-Set, was kein Architecture-Set ist. Ähm, wieder natürlich strengste limitierte Edition. Hä, 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 äh, nicht. Ähm, äh, also immer, äh, hier, da es die VIP-Premie ist, äh, kann man immerhin einsehen, wie viele davon in Westeuropa auf den Markt gekommen sind. Das waren 10.000, die verfügbar waren. Ich weiß nicht, wo gerade der Stand ist, aber ich glaube, es sind noch genug da. Ja, aber das sind ja natürlich auch so Sets, die kannst du einfach schnell wieder rausgießen, im Prinzip. Also, da sind keine besonderen Teile drin, die extra nur für dieses, äh, Set gemacht worden sind. Es gibt's, äh, gibt ein paar Prints, oder sind, nee, das sind Prints, gell, diese, ähm, abends. Nee, leider nein. Sind Sticker? Leider sind Sticker. Wir sind erst mal damals vom Prinz ausgegangen, äh, weil das bei anderen Architecture-Sets so war, aber hier fürs GWP sind's leider Sticker. Oh. Ähm, äh, ist ja kein GWP, Entschuldigung, ist eine VIP-Prämie. Ähm. Ja, generell. Ich weiß nicht, dass ich's auch, ähm, das, das Welt-der-Wunder-Set, äh, ja. Wie, 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 wie gefällt dir das? Äh, ich bin ja nicht so ein, so ein Architecture-Nerd, deswegen, ähm, ist das für mich jetzt eine nette Kleinteile-Sammlung, aber ich hätte dafür persönlich keine große Verwendung. Ähm, generell ist es, also, um jetzt mal kurz auf die Verfügbarkeit hinzuweisen, also, wir haben das Welt-der-Wunder-Set 40585, ähm, das ist jetzt als VIP-Prämie verfügbar für 2700 Punkte. Das sind umgerechnet 18 Euro Gegenwert, also quasi, wenn ihr 2700 VIP-Punkte habt, könnt ihr die auch in 18 Euro, ähm, äh, umwandeln sozusagen, äh, als Gutschein. Das heißt, ihr müsst euch entscheiden, möchtet ihr lieber 18 Euro Rabatt oder dieses Welt-der-Wunder-Set und ebenfalls verfügbar als VIP-Prämie, äh, wo wir auch erst dachten, ist es eine Gratisbeigabe, weil es auch dieses tolle Geschenkssymbol auf dem Karton hat, ähm, ist das Lego 40584 Geburtstags-Diorama für 2100 VIP-Punkte. Was 14 Euro entspricht. Witzigerweise weist Lego dem Welt-der-Wunder-Set einen Wert von 19,99 Euro zu, ne, es kostet nur 18 Euro, äh, und dem Geburtstags-Diorama weist es einen Wert von 12,99 Euro zu, und es kostet 14 Euro. Also irgendwie, beim einen spart man was, beim anderen zahlt man drauf, ich weiß es nicht. Ähm, generell finde ich es ein bisschen, also wir hatten so ein bisschen gehofft, dass jetzt zu den Februarneuheiten Gratisbeigaben kommen. Und ich weiß, dass sich Leute beschwert hätten, wenn das jetzt, ähm, eine Gratisbeigabe gewesen wäre, ab 250 Euro Einkaufswert, dieses, diese VIP-Prämie. Mhm. Aber auf der anderen Seite, ähm, muss man halt sagen, wenn man jetzt die VIP-Punkte sammeln wollen würde, um da ranzukommen. Ja, um jetzt zu sagen, ich, also mal angenommen, man will das jetzt unbedingt haben und sagt, ich kaufe jetzt was, um dann VIP-Punkte zu haben, um mir dann die Prämie sichern zu können, dann müsste man für 2700 VIP-Punkte, wenn ich mich nicht verrechnet habe, 360 Euro ausgeben. Mhm. Ne, es sei denn, man nimmt jetzt halt eine doppelte VIP-Punkte-Aktion, dann kann es mal günstiger sein, aber im Großen und Ganzen ist, also im Vergleich zu den, also es ist noch mal höher als die eh schon hohen Mindesteinkaufswerte bei den Gratisbeigaben. Ja. Und deswegen fände ich, wenn das jetzt, also wenn das der Standard wird, dass Lego jetzt Sachen regelmäßig nicht als Gift-with-Purchase, sondern als VIP-Prämie rausbringt, fände ich das gefährlich, weil, also selbst die Leute, die jetzt, wie ich, in den vergangenen Jahren viele VIP-Punkte gesammelt haben, irgendwann sind die mal leer. Mhm. Und dann zwingt Lego einen damit dazu zu sagen, ich, ähm, äh, ich muss jetzt was kaufen, wenn ich das haben will, für sehr, sehr, sehr viel Geld. Und das finde ich ein bisschen gefährlich, also, kann mich damit noch nicht so richtig anfreunden. Ist das nicht grundsätzlich so ein Problem, dass, äh, Lego viel zu viele VIP, äh, uneingelöste VIP-Punkte noch hat, ähm, so das, was man immer so bei den, äh, Zahlen so sieht, wenn, wenn die ... Also, das Problem geht Lego hier in jedem Fall an. Ja. Aber ... Vielleicht ein bisschen auf Kosten. Ja, vielleicht, aber auf der einen Seite, die Leute haben sich das lange gewünscht, ne, die haben gesagt, hey, wofür spare ich denn meine VIP-Punkte, ich will da coole Sets für. Jetzt gibt's zum ersten Mal so richtige Sets in einem richtigen Karton, nicht nur in diesen gelben VIP-Kartons, wo irgendeine Anleitung reingeschoben wird, die massenweise produziert werden, also richtig billig. Sondern hier ein richtiger Karton, ein richtiges Set, gab's so noch nicht, außer ganz am Anfang des VIP-Programms, wo man halt mal den Bad Pot sich sichern konnte für sehr viele VIP-Punkte. Ähm, das ist, also, ne, auf der einen Seite ist es das, was die Leute seit langem haben wollten, auf der anderen Seite finde ich's ganz schön teuer bepreist, wenn man es vergleicht mit den eh schon teuren Gift-with-Purchase-Aktionen. Deswegen, äh, würde mich, da würde mich wirklich eure Meinung mal interessieren, schreibt's mal in die Kommentare zum Podcast, weil da passt es dann irgendwie ganz gut hin, äh, wie ihr das seht. Ob ihr es eher positiv oder eher negativ seht, ähm, weil ich bin da hin und her gerissen. Ich verstehe die, die guten Punkte daran, weil auch ich freu mich jetzt, meine VIP-Punkte mal für sowas einlösen zu können, auch wenn ich jetzt nicht so super Interesse an den Sets habe, aber ich hab das Gefühl, bevor ich mir 18 Euro Rabatt hole, würde ich mir eher dieses Welt-der-Wunder-Set halt sichern als zusätzliches Set. Über das, äh, 40584-Geburtstagsdiorama haben wir ja schon gesprochen, ähm, ja, über das Welt-der-Wunder-Architekture, äh, in Anführungszeichen Set haben wir noch nicht gesprochen, ähm. Haben wir nicht? Nee, also wir zwei nicht, ähm. Ah, es kann sein, dass die ersten, warte mal, wann kamen denn die ersten Bilder? Das ist eine gute Frage. Es kann sein, dass die zu einer Zeit kamen. 27. Januar. 27. Januar. Ach, dann haben wir, ach so, das ist noch gar nicht so lange her. Ja, Entschuldigung, ich dachte irgendwie, wir hätten das schon, das wäre schon länger da, aber nee, ist es nicht. Nee, also ich weiß genau, dass ich darüber noch nicht gesprochen habe, weil ich, äh, hätte gerne was dazu gesagt, aber deswegen wollte ich ja erstmal wissen, du hast ja gesagt, für dich ist es eher so ein Teile-Dings? Nein, nicht unbedingt ein Teil, also, Du würdest es nicht auspacken, aufbauen und, äh, in dein Display stellen. Und mit dann die Sachen irgendwo hinstellen, nee, genau. Genau, bei mir ist es genau das Geigentum, ähm, um mal das Känguru, äh, zu zitieren, ähm, ich würde zum Bleistift, äh, gerade die, ähm, die, äh, das Pantheon unfassbar gerne, äh, ausstellen und fand dann natürlich auch, ähm, äh, die, ähm, äh, äh, ich bin gerade dumm, mein Gehirn schläft gerade ein. Al-Kasne, Taschmahal oder Great Wall of China, was meinst du? Äh, äh, ich meine, äh, den Al-Kasne in Petra, ähm, ich wollte nur Petra sagen, aber das stimmt nicht, äh, Al-Kasne ist es, äh, ja, eben, genau, witzig, witzig, ähm, äh, äh, sonst wird es nicht besser hier, äh, äh, auch das Taschmahal finde ich halt voll gut gelungen, so in der Größe. Ich verstehe nicht ganz, warum da, äh, wenn man, warum man da an der Seite so einen roten Balken rausgucken sieht, ähm, das ist, das ist mir ein bisschen, äh, spooky, äh, das verstehe ich nicht ganz. Sieht man ja auch in der Innenseite, äh, wo die weißen Fliesen drauf sind, äh, dass da so ein feiner weißer Strich in der Innenseite, äh, feiner roter Strich in der Innenseite zu sehen ist, das verstehe ich nicht. Aber insgesamt finde ich das ein richtig, also ich bin kein großer Architecture-Sammler, ich finde aber die Serie an sich sehr, sehr cool, ähm, mir ist die einfach nur immer, das sind Sachen, die man wirklich so als Präsentation hinstellt und die nehmen dann auch relativ viel Fläche ein, wenn man sich alle Sachen sammelt, die man so interessant findet, also bei mir ist es zum Beispiel das Guggenheim-Museum finde ich großartig, den Trafalgar Square, ähm, London, ähm, äh, Tokyo mit Shibuya und sowas, äh, finde ich voll interessant und sowas, ähm, da sind so viele Sachen, die ich halt richtig gerne ausstellen würde, aber ich hab einfach nicht, meine Wohnsituation würde das niemals hergeben, weil ich halt auch nicht so ein, so, so ein Eicherustikal, äh, Wand mit Fernsehlücke oder sowas besitze, ähm, sondern eher so das Ganze auf Racks und sowas steht und so. Und ich hab ein Bücherregal und da sind dann halt andere Sets drin und da sind dann halt so einzelne Regalfächer ausgefüllt mit Lego, aber das meiste ist halt Bücherregal. Deswegen gibt's bei mir so ein, so ein Standpunkt nicht und deswegen sind's gerade solche mini, mini kleinen, äh, Sachen, finde ich immer toll. Ähm, ich mein, das kann man auch voll gut rebricken, ähm, gerade so das Taj Mahal ist etwas, was ich gesehen, wo ich gedacht hab, ach cool, so könntest du das ja auch mal nachbauen, ähm, dafür hast du mit Sicherheit alle Teile zu Hause. Ähm, das war so ein Hingucker, auch das Pantheon würde ich, glaub ich, äh, hinkriegen. Ich hab, glaub ich, nicht so ganz so viele Kerzen, aber im Großen und Ganzen würd ich's, äh, äh, wohl trotzdem hinkriegen. Und ich, aber ich war angetan davon, weißt du, wie ich meine? So, ich hab das gesehen und hab gesagt, ah, voll cool, voll schön, äh, richtig, äh, wichtige, ähm, Welt der Wunder, ähm, 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 es sind ja keine, ähm, Weltwunder, sondern es sind, es sind halt, wundervolle Bauwerke, ähm, ähm, also ich, ich war richtig begeistert, als ich das gesehen hab, jetzt die Woche, ich war da wirklich geflasht, find aber tatsächlich auch, dass es echt viele Punkte sind für das, was du dann als Gegenwert kriegst. Ja. Also zumindest, was du ja gesagt hast. Also gerade wenn man sich die erst noch beschaffen muss, die Punkte. Ja, also es sind ja, also es ist wirklich nicht so, dass du deine, ähm, deine Gift-to-Purchase-Marschel, hast du, ähm, selbst bei 200 Euro fände ich das Ganze ein bisschen teuer irgendwie. Ja. Ist so mein Gefühl und wenn du dann überlegst, du musst halt über 350 Euro überhaupt erst ausgegeben haben, um dich dafür zu qualifizieren und, ähm, dann hast du vielleicht aber trotzdem noch mehr Punkte oder so und willst vielleicht noch das Geburtstagsset, dann musst du das auf zwei Einkäufe, äh, aufteilen, was ja das Ganze auch wieder teurer macht. Ja. Das fände ich ein bisschen schwierig dabei. Aber ansonsten finde ich es ein sehr gelungenes Set. Ich mag es sehr, sehr gerne. Ja, wenn ihr euch das sichern wollt, äh, macht es über das VIP-Premium-Center und, äh, wenn ihr gerade eh eine Bestellung auslösen wollt, äh, es sind ja zahlreiche Februar-Neuheiten jetzt in den Verkauf, unter anderem natürlich die Finnhütte, aber auch ein paar Brickheads und, äh, ein paar andere Kleinigkeiten, die ihr jetzt bestellen könnt. Ähm, da könnt ihr dann die VIP-Prämie dazu packen. Es geht wie immer nur ein Gutscheincode pro Bestellung, also ein physischer Gutscheincode pro Bestellung. Und, äh, wenn ihr etwas im Lego-Onlineshop bestellt oder auch bei Amazon oder sonst wo, wie immer, dann nochmal der Hinweis, wir freuen uns sehr, wenn ihr einen unserer Affiliate-Links benutzt, damit wir den Podcast, so wie Stone Wars, weiterhin werbefrei halten können. Abgesehen von den Affiliate-Links. Bis, bis zum 9. Februar tatsächlich bekommt ihr auch aktuell, äh, das Bionicle-Set, ähm, Tahun Takur noch, ähm, kostenlos dazu bei einem Kauf ab, äh, 100 Euro. Ähm, aber der Vorrat ist irgendwie schwierig. Nee, nee, es ist nicht der Vorrat, es ist das, äh, das Problem ist, man kriegt Bionicle nur dazu, wenn man eben diese Themenwelten kauft. Und, Rick, und das ist ja leider eben nur, was war das, Dots und Trader 3 und 1, und, äh, ja, da hatten wir schon drüber gesprochen, deswegen, äh, da dürfen wir leider nicht drauf hoffen. Ja, gar nicht schlimm. Dafür sind wir ja hier da, um die Informationen wieder aufzufrischen bei den Leuten. Das heißt, bei der Finnhütte kriege ich das nicht mit dazu. Richtig, das ist das Blöde. Also bei der Finnhütte, deswegen, ich verstehe, also die, äh, 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 der Verkaufsstart der Finnhütte war, glaube ich, äh, ich weiß nicht, ob aus der Sicht von Lego, aber aus unserer Sicht als, ähm, Affiliate-Partner von Lego extrem enttäuschend, aber ich, äh, kann es nachvollziehen, weil es eben so gar nichts dazu gab diesmal. Und ich verstehe, wenn die Leute sagen, na, dann warten wir doch mal noch ein bisschen, ähm, bis man sich das sichert, ähm, auch wenn die Finnhütte ein richtig tolles Set ist und auch bei den Leuten, glaube ich, gut angekommen ist. Ähm, ja, und dann gibt es halt so Leute wie mich, die sich das bestellen, weil sie sagen, ich will es halt jetzt bald im Livestream aufbauen, ich kann jetzt nicht warten. Ähm, aber ich verstehe bei den Privatkunden jeden, der sagt, na, warten wir doch mal ab, ob es nicht nochmal doppelte VIP-Punkte oder Gratisbegabe. Dann gibt es, ähm, dann werden wir euch natürlich im Blog darüber informieren und, ähm, Push-Mitteilungen bei Telegram schicken und ihr kennt das Ganze. Ich, ich finde tatsächlich, die Finnhütte ist, äh, ähm, auch so wirklich so ein, ja, so ein, äh, Kandidat für Set des Jahres für mich momentan. So, also, ich hab... Ja, ich war noch früh im Jahr. Jaja, aber ich hab momentan ist das wahrscheinlich, also ich sehe das schon auf den letzten, ähm, ähm, auf den Platz 1 bis 5 irgendwo rumflacken bei mir. Nee, also meinen Platz 1 sprechen wir später drüber und der ist auch nicht mehr diskutabel, aber da sprechen wir vor allem sehr intensiv, glaube ich, nächste Woche drüber, ähm, im Podcast. Ähm, aber bekommt man nicht, wenn man jetzt momentan im, äh, im Lego-Store, also im physischen bis, noch dieses, äh, dieses Häschen dazu? Dieses... Keine Ahnung, wenn die noch, wenn die noch Reste haben vielleicht, aber, ähm, ähm, äh, online ist es vergriffen. Ja, ja. Also kann ich jetzt nicht sagen, weil es von Store zu Store unabhängig sein wird. Die Stores geben manchmal GWPs länger raus als der eigentliche Zeitraum, weil die halt noch da sind und den Leuten eine Freude machen wollen und so. Naja. Ähm, lass uns vielleicht zum nächsten Thema kommen, weil wir haben letzte Woche, ähm, über zwei Lego-Star-Wars-Helme gesprochen, die, äh, ja, über die wir schon sehen konnten, sag ich mal, als wir letztes Mal den Podcast aufgenommen haben. Ähm, als der Podcast aber rauskam, war mittlerweile schon ein dritter Lego-Star-Wars-Helm vorgestellt, über den wir jetzt noch kurz, äh, reden wollen, oder zumindest. Ich hab da ein, äh, ein Anliegen, weil es handelt sich um den Helm von Prinzessin Leia, beziehungsweise dem Kopfgeld Jäger Busch. Lego-Star-Wars 75351, ein, äh, ein dritter Helm für die Lego-Star-Wars-Helmet-Collection in diesem Jahr. Ich hab mich sofort, also als ich den gesehen hab, hab ich direkt gewusst, ähm, mein, äh, ich hab, ähm, ein, äh, Freund aus der Lego-Community, ähm, der sich sehr, sehr stark ausschließlich auf Star Wars fast fokussiert, vielleicht noch ein bisschen, äh, Herr der Ringe, äh, nebenbei. Und direkt so Link von der Seite, ähm, ähm, von Stonewars.de geschickt, ähm, und, ähm, so drüber gefreut, weil ich finde, der ist extrem gut gelungen. Also du, du bekommst 670 Teile für einen Preis von, äh, 69,99. Die Preise sind ja wieder so ein bisschen unterschiedlich momentan, also der eine Helm ist teurer, der andere Helm ist günstiger. Ähm, so, also jetzt im Gesamtklassement der, äh, ähm, der, ähm, Helmet-Collection. Ja. Ähm, ich, ich, also ich blick da auch ehrlich gesagt nicht mehr durch, wir sprechen ja gleich über einen anderen Helm. Und, also, ich, ich weiß nicht, wie die Preise zustande kommen bei den Helmen. Ja, also es ist halt als Helm bezeichnet, obwohl es eigentlich eine Maske ist. Ja. Ähm, äh, aber Lego nennt es halt den Helm, also es geht um den Helm von Star-Lord. Und der ist dann, also auch, also die Preise bei der Helmet-Collection, ich kann's, oder, der Marvel-Helm ist ja eigentlich gar nicht Helmet-Collection, weil Helmet-Collection ist ja nur Lego Star Wars und alles andere sind irgendwie andere Helme oder Kopfbedeckung oder vielleicht auch mal Handschuhe oder weiß ich nicht. Also alles ein bisschen schwierig. Aber die Preisgestaltung ist ... Ist weird, ja. ... schwierig nachzuvollziehen aus Kundensicht. Aus der Sicht von Lego gibt's da bestimmt einen tollen Grund für, äh, den wir alle nur nicht verstehen, aber, ähm, ja. Also das Ding heißt, ähm, äh, äh, Princess Leia, in Klammern, Busch, ähm, die Nummer ist 75351, ähm, 670 Teile gibt es, keine Minifiguren wie üblich, ähm, ist wieder ein 18-Plus-Set natürlich, 69,99 ist der Preis, ab dem 1. März geht's los, ähm, insgesamt hat das Teil eine Höhe von 17 Zentimeter, was ich eine, äh, schöne Höhe, äh, wie üblich finde, ähm, und, ähm, ja, was, was ganz ungewöhnlich ist, ist, es gibt Sticker. Äh, ja, ne? Ironie, bitte, also ... Äh, ja, ähm, wir dachten erst, im ersten Moment, es gäbe keine Sticker, aber, äh, äh, es gibt dann tatsächlich doch zwei, an zwei Stellen Stickern, äh, und an einer Stelle sind es halt sogar ganze drei auf der Rückseite, glücklicherweise sieht man dann in der Regel nicht, wenn es im Regal steht, aber einer ist auch vorne. Ähm, was ich noch wichtig finde bei dem Helm, deswegen konnten wir letztes Mal auch vorab nicht drüber sprechen, weil, ähm, die Bilder nicht vorab an, äh, also irgendwie rausgegeben wurden, das ist nämlich ein exklusives Set, äh, das Set wird nur bei Lego und Alternate erscheinen. Ja, Alternate ist hier der Vertriebspartner der Exklusive für das Set, ähm, und da an beiden Stellen kann man den Helm gerade vorbestellen, aber wenn, würde ich es dann bei Lego machen, dann kriegt man wenigstens noch die 5% VIP-Punkte mit dazu, aber mein Tipp, wenn ihr den Helm haben wollt, ähm, ich glaube, der wird nicht so ultra schnell vergriffen sein, dass man den jetzt unbedingt vorbestellen muss, und vielleicht ist das ein gutes Set, was man so an einem May the 4th Event bestellen kann, ähm, bei Lego, wo es dann vielleicht, keine Ahnung, vielleicht doppelte VIP-Punkte, auf Star Wars gibt, oder auch nicht, aber zumindest gratis Beigaben, ähm, die ja oft Leute haben wollen, und, ähm, da ist dann ganz super, wenn man noch so einen Helm für 70 Euro mit dazu packen kann, oder irgendwie so Produkte hat, um den Mindesteinkaufswert sinnvoll zu erreichen. Jetzt, jetzt haben wir hier, ähm, einen Helm der Helmet Collection, und, ähm, unsere Hörer wissen ja, dass ich kein Fan davon bin, also von der gesamten Helmet Collection, nicht. Ähm, für mich sind diese, ähm, Statuetten einfach nicht mein Sammelgebiet, ich finde sie auch nicht besonders schön, ich finde manchmal sind sie an gewissen Stellen sehr bulky oder, ähm, auch nicht so gut umgesetzt, weil das einfach in der Natur der Sache liegt, dass man mit, äh, Lego da ein bisschen anders bauen muss, als wenn man jetzt irgendwie, äh, eine Formpresse hat und dann irgendwie Hasbro ist und so einen, äh, Helm halt einfach rausbringt, der genau aussieht wie das Original. Aber, ich muss tatsächlich sagen, dass der Helm von Busch einer der Besten ist, oder vielleicht sogar für mich persönlich, ist ganz subjektiv, gell, für mich der beste Helm aus der gesamten Collection. Nicht, dass ich jetzt Busch besonders toll finde und Busch gerade besonders, äh, feiere, aber ich finde die Umsetzung von diesem Helm ist für mich der, die, die beste, ähm, die beste Möglichkeit an so, an diesen Helm in und einem Lego-Design, ähm, bis jetzt ranzukommen. Ich finde so, ähm, gerade wenn man sich, ähm, bis jetzt war es für mich der, der schwarze Helm des TIE-Fighter-Piloten, den ich ganz gut fand, ähm, aber Busch hat den ... Habe ich, glaube ich, letzte Woche auch gesagt, ja. Ja, äh, Busch ist, glaube ich, äh, jetzt gerade an Platz 1 gerückt für mich. Wie ist es bei dir? Ja, ähnlich, ähm, riesen Fan von dem Helm, ähm, eine ganz, ganz tolle Umsetzung, ähm, und worüber ich mich am meisten geärgert habe, ist, wir haben ja so Lego-Star-Wars-Übersichten schon mal gemacht, was für Sets halt in diesem Jahr erscheinen und auch so einen Blick in die Zukunft geworfen und dann halt so ein bisschen, ähm, da hatten wir auch schon geschrieben, wahrscheinlich kommt noch ein dritter Helm. Und vor dem Hintergrund, dass jetzt halt 40 Jahre Return of the Jedi gefeiert wird dieses Jahr, hätte man einfach drauf kommen müssen. Ja. Also, ich glaube, dass, äh, ich glaube, äh, äh, muss man fairerweise sagen, die Kollegen von Promobricks hatten schon mal vor, äh, vielen Monaten spekuliert und gesagt, sie glauben, dass Busch kommen könnte. Ich hatte das völlig verdrängt und in dem Moment, wo das dann vorgestellt wurde, war ich so, ja, na klar. Also, was gibt's denn logischeres, als diesen Helm zur Episode 6 rauszubringen? So, das Einzige, was man noch sagen könnte, alternativ wäre noch so ein dieser, ähm, wo die Gerüchteküche vorher drüber spekuliert hatte, noch, äh, so ein Rebellenhelm von Endor. Also nicht von der Serie Endor, sondern vom Planeten Endor aus Episode 6. Ähm, das wäre eine Möglichkeit gewesen. Aber jeder hier, der macht eigentlich total Sinn und, ähm, ja, tolle Idee, äh, bei mir auf jeden Fall absoluter Pflichtkauf. Äh, auch unabhängig davon, dass ich Sammler der Helme-Collection bin. Ähm, was, was mir persönlich, wenn ich jetzt sammle, diese Serie sammeln würde, ist, äh, wo du das auch gerade sagst, mit Endor, ähm, die, äh, die, die Stormtrooper, die immer die Speederbikes fahren. Ähm, die haben ja auch so besondere Helme. Wie heißen denn die nochmal, die, die Speederbike-Fahrer? Ähm, das ist, äh, Scouttrooper. Scouttrooper, genau so hießen die. Ähm, so ein Helm finde ich zum Beispiel auch total super. Ähm. Den gibt's ja schon. Hä? Wirklich? Ja. Rik, was ist denn heute los mit dir? Du bist auch wirklich. Boah, alter Schwede. Es gibt einen Scouttrooper-Helm? Ja, es war sogar der, äh, der, der beliebteste, nee, nicht der beliebteste, der günstigste Helm, ähm, vielleicht deswegen auch einer der beliebtesten, ähm, der von Lego rausgekommen ist, äh, weil der nur 50 Euro damals gekostet hat, ist aber mittlerweile EOL und, äh, nicht mehr so ganz so günstig verfügbar, glaube ich. Ich hab grad auf der Seite gesucht. 75, 305 ist die, ist die Setnummer. Ich hab grad auf unserer... Das ist kein Problem, ich schneid, ich schneid das alles raus, die Stelle. Nee, kannst du ruhig drin lassen. Äh, aber ich hab grad tatsächlich auf unserer Seite gesucht, nach der Helmut Collection, hab eingegeben Helmut Collection. Ja, das ist, ähm... Da ist, guck mal, da ist der Scoutgruber, äh, Scoutgruber. Ach so, deswegen, den fand ich auch nicht so gut getroffen. Ach, schade. Helmut Collection. Ähm, so, äh, lass uns ein bisschen, ein bisschen weggehen von dem Helm, ähm, und über einen Artikel sprechen, den ich geschrieben hab, ähm, der mir deswegen sehr gut gefallen hat. Den hab ich einfach nur, also, das kann ich jetzt ja hier sagen, im Podcast hört ja keiner zu, den hab ich nur für mich selber geschrieben. Und, ähm, das ist ein Artikel, wo ich ein bisschen darüber spekuliere, was uns Markus Besser wohl einen Teaser, äh, oder was für einen Teaser uns Markus Besser auf Instagram gezeigt hat. Der hat nämlich zwei Instagram-Histories hochgeladen, ähm, hat so einen Ort markiert, äh, Klaus Holm Slot, also die Burg Klaus Holm in Dänemark, ähm, hat gesagt, edit again, cool locations for cool Fotoshoots. Und dann so ein an drei Stellen zensiertes, äh, zensierten Ausschnitt, dass die da gerade ein Lifestyle-Fotoshooting machen. Und das fand ich super spannend, weil man kann ja, also wenn man Lifestyle-Beatle da sieht von Lego, sind die ja meist so gemacht, dass die Umgebung immer sehr zum Set irgendwie passt. Oder irgendwie, die sind schon durchdesignt, da hat sich jemand Gedanken bei gemacht. Und ich fand's spannend, mal zu gucken, kann man das reverse-engineeren? Äh, Spoiler-Alarm, nein, das geht nicht. Also, man kann nicht wirklich von dem, ähm, äh, was man auf den Bildern drumherum sieht, auf das Set schließen. Ich find das zumindest schwierig. Aber es ist klar, es wurde in den Katakomben, also in den Kellern einer Burg letztlich fotografiert. Und die wurden zwar schön eingerichtet, aber es hat schon so ein bisschen einen burgigen, kellerigen Eindruck gemacht. Da ist so eine Art, ähm, Ding zu sehen, was für mich aussieht wie ein Helm. Äh, wurde aber auch viel diskutiert, ob es nicht ein Stöfchen oder sowas sein kann. Ähm, es ist ein Model zu sehen, äh, eine Frau mit kurzen Haaren in einem, äh, in einem blauen Blazer, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall in einem blauen Oberteil. Es stehen ein paar Schreibtischutensilien da. Es ist also, aber ich fand's witzig, mal zu gucken, okay, was für Sets stehen eigentlich aus? Und was könnte das Ganze sein? Und, ähm, ja. Das Ding ist halt, ähm, also an, äh, diese Woche, am Mittwoch, also, äh, vorgestern, ähm, gab's eine ganze Reihe Leaks. Und da hab ich gedacht so, ach, vielleicht könnte das theoretisch auch gut zu einem Burggraben, äh, also einer Burgkatakomben, äh, passen. Ähm, diese Info wusste man ja noch nicht, als, äh, als, äh, äh, du den Artikel geschrieben hast. Aber so im Nachhinein hab ich dann so gedacht, ah, krass, das würde ich da fotografieren. Ich weiß nicht, ob ich einen Stempel dazu legen würde unbedingt auf den Tisch, aber, ähm, weißt du, wie ich mein? So, thematisch würde es passen. Dann sag doch mal, also wir werden gleich eh noch über die Sets sprechen. Ähm, dann sag mal kurz, welches du meinst. Äh, ich meine die mittelalterliche Stadt, ähm, die sich ein bisschen bezieht auf ein 2009er Set, äh, als Erweiterung. Ja. Ähm, und ich, äh, ich hätte nämlich noch was anderes gedacht. Ich hätte nämlich gedacht, der, äh, der Drache Maleficent würde als Fotoshooting gut dahin passen. Ähm. Oh, okay. Aber du hast, du hast natürlich auch recht, also, weil beides ein bisschen mittelalterlich ist, aber ich fand, der blaue Blazer, der schreit irgendwie so Disney für mich. Äh, aber das ist wirklich, also das ist wirklich pure Spekulation und ich find's einfach witzig. Ich freue mich sehr auf den Moment, das kann ich jetzt schon sagen, ich freue mich sehr auf den Moment, wenn ein Produkt vorgestellt wird, wo diese Lifestyle-Bilder drin sind und ich mir so vor die Stirn klatsche und so, ach ja, na klar, sage. Ähm, und da werden wir natürlich auch an der Stelle, wenn wir das Set vorstellen, nochmal auf diesen Artikel verweisen und sehen, wie falsch ich mit allem gelegen habe. Aber ich find's, ähm, ich find's witzig. Und ich bin gespannt, ob das, was ich glaube, was ein Helm ist, so, äh, ich hab das nämlich Reverse, also ich hab das gesehen, hab gedacht, könnte ein Helm sein. Hab das abgespeichert unter irgendeinem neutralen Dateinamen, einfach bild.jpg, ein Ausschnitt, hab Reverse Image Search bei Google gemacht. Ähm, und Google Lens hat mir halt zig Helme vorgeschlagen, vor allem den Montef, nee, ich hab immer Montefino gelesen, aber es heißt Montefornio. Nee, heißt es auch nicht, heißt Montefortino. Danke. Gerne. Also den Helm, ähm, hab ich dann, Gott, gut, dass ich den Namen Copy und Paste in den Artikel geschrieben hab, äh, gepastet hab, weil, äh, und nicht geschrieben hab, weil das wär sonst schiefgelaufen. Also da bin ich sehr gespannt, ähm, was da am Ende raus wird. Mein Tipp aktuell ist so ein bisschen, weil, also, dass jetzt Lifestyle-Bilder gemacht werden, glaube ich eben nicht, dass es um ein Set geht, das ganz am Ende des Jahres erscheint. Ich glaube auch nicht, dass es um ein Set geht, das jetzt nächsten Monat erscheint. Also es wird zum Beispiel nicht Herr der Ringe sein, weil dafür wäre es einfach zu spät jetzt für Lifestyle-Bilder. Und ich glaube auch nicht, dass es für irgendein Set ist, was 2024 erscheint. Deswegen hätte ich gedacht, so eine Sache, die jetzt im Sommer vielleicht erscheint oder im späten Frühjahr und war irgendwie beim, weil Markus besser geschrieben hat, äh, vor einigen, äh, Wochen oder Monaten mittlerweile schon, ne, Wochen ist es her, äh, dass er am 100 Jahre Disney-Jubiläum, äh, gearbeitet hat, ähm, dass er, wenn er da beim Fotoshooting dabei ist, eventuell eines der Produkte natürlich fotografiert hat. Und es muss das nicht heißen, also einmal kann Markus besser noch an anderen Themenwelten mitgearbeitet haben und einmal kann er auch als Designer an einem Fotoshooting teilgenommen haben, wo er gar nicht, ähm, der verantwortliche Designer für das Modell war. Also wir wissen, ähm, dass Lego-Designer durchaus auch an Fotoshootings teilnehmen, ähm, von Modellen, wo sie selber gar nicht mitgewirkt haben. Das muss nicht immer der Modell-Designer sein, der dabei ist, aber ein Designer soll immer dabei sein, falls die Fotografen das mal runterwerfen, ähm, und man, äh, nicht nur noch ein, äh, auf den Boden gefallenes Lego-Set fotografieren will, ähm, damit das wieder jemand zusammensetzen kann. Ähm, äh, äh, genau, deswegen, meine Idee war, es könnte ein Disney-Schloss sein, weil da soll ein 18-Plus-Modell sein, das würde zu den Lifestyle-Bildern passen, aber deswegen denke ich auch, dieses Maleficent-Modell, falls das wirklich dieses Jahr erscheinen sollte, wo ich ein sehr, sehr dickes Fragezeichen dran machen würde, auch ob das überhaupt jemals erscheint, ähm, könnte es auch das sein, aber wir werden sehen. Ähm, ähm, mein Problem, äh, übrigens, ich wollte nochmal auf den, äh, Montefortino-Helm, äh, äh, ausgehen, ich persönlich hab irgendwie, ähm, ich, ich würde nicht verstehen, warum ein, äh, römischer Helm da oben in Dänemark, äh, auf dem Schrank rumplottet. So, das ist, das ist mein Problem. Also, äh, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, entweder, äh, steht er da im Hintergrund rum, weil der zur Burg gehört und einfach halt da ist und deswegen auf dem Schnappschluss zu sehen ist, oder er ist da, weil die Lego-Designer oder die, äh, Fotografie-Verantwortlichen den mitgebracht haben als Deko-Objekt. Und wenn man jetzt sagt, äh, keine Ahnung, wir wollen eine römische Legion fotografieren, äh, als Lego-Objekt und wir haben uns diesen Ort ausgesucht und wir wollen so einen Helm mit dazu packen, ähm, dann bringen die den halt einfach mit. Ja, aber, äh, wo ist die römische Legion in den, äh, in den Sets wieder zu entdecken? Ja, das werden wir dann ja sehen. Also, ich glaube nicht, dass das passiert, aber. Ich glaube, ich glaube halt einfach, also mein Ding ist einfach, ich glaube nicht, dass es ein, äh, ähm, ein römischer, äh, ähm, Helm in einem dänischen Schloss ist. Deswegen bin ich da ein bisschen, äh, skeptisch, ob du, ob sich das bewahrheitet. Ähm. Ich auch. Ey, äh, bitte, ich hoffe, das habe ich auch rübergebracht. Ich bin bei allem sehr skeptisch, ob sich das bewahrheitet. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich fand es einfach nur witzig, zu versuchen, das zu reverse-engineeren. Das war ein Artikel, den habe ich für mich geschrieben, hatte ein bisschen Spaß daran. Ich bin froh, dass es ein paar Leute interessiert hat, wo natürlich auch viele Leute gesagt haben, äh, warum schreibt man darüber einen Artikel? Ja, weil ich auch einfach mal Sachen schreibe, auf die ich Lust habe. Ja, ähm, äh, weil ich hätte dann tatsächlich eher so auf so einen, ähm, anderen Helm-Typus halt einfach, äh, 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 ich erzähle es dir halt nur aus meiner, ähm, aus meinem Bezug zur, äh, Antike, zur, äh, zum Mittelalter und sowas, den ich, äh, so bis jetzt habe. Und ich sehe da halt tatsächlich eher keine Helm drin. Ähm, ähm, viele haben ja gesagt, Stöfchen hast du? Also, der eine hat gesagt, das ist vielleicht ein Stöfchen, ähm, und das ist, äh, finde ich schon, äh, so lustig, dass ich da mitgehen würde am liebsten. Finde ich gut. Ja, also, was ich halt, äh, warte mal, ich, äh, schicke dir mal gerade ein, ein Bild, äh, in unserem geheimen Kommunikationstool, schicke ich dir das einfach gerade kurz. Und das war das, wo ich gedacht habe, das könnte ungefähr hinkommen. Ähm, so. Ja, ich, ich finde auch die, die Idee an dem Montefino, äh, ähm, äh, Montefortino-Helm ist, äh, passend. Aber, ähm, ich finde halt, er würde halt nicht dahin passen. Ja, ja, genau, genau sowas, äh, ähm, hab ich mir da auch drunter vorgestellt. Ha, können wir das jetzt in die, in die, ähm, aber ich glaube halt nicht, dass das es ist, weil, so, die Germanen und sowas haben sich ein bisschen an den Asiaten, ähm, ähm, auch an den, äh, Ruhs, äh, orientiert und so eher Lamellenhelme dann gehabt in, in dieser Zeit und sowas. Deswegen bin ich da eher bei, äh, bei was anderem gewesen. Aber ist ja auch egal. Richtig. Lass uns zum nächsten Thema gehen, ähm, ähm, äh, dem, dem Thema unserer aller Träume, nämlich Lego Dreams. Wir können da jetzt gar nicht so super viel drüber sprechen, ähm, weil wir haben das Thema, glaube ich, schon mal vor einigen Monaten im Podcast besprochen, wo wir spekuliert haben. Was es sein könnte, was sich dahinter verbirgt, viel weiter sind wir nicht, aber es gibt ein offizielles Logo zu Lego Dreams. Ähm, das hat Lego als Markenanmeldung veröffentlicht, ähm, beziehungsweise das Deutsche Patent- und Markenamt und auch das Europäische und alle haben das veröffentlicht. Ähm, deswegen können wir euch jetzt zumindest mal zeigen, wie das Logo auf den, ähm, Kartons aussieht. Ähm, und, äh, vor einigen Monaten, äh, mittlerweile schon, glaube ich, oder auch wieder Wochen, es ist ja, also, es ist beides richtig. Entweder sind es 0,5 Monate oder halt zwei Wochen, ähm, äh, gab es auf Reddit einen Thread von jemandem, der glaubwürdig versichert hat, an so einer Fokusgruppenbefragung, ähm, teilgenommen zu haben. Ähm, ein Thema, das uns heute nochmal ereilen wird, ähm, und der hat so ein bisschen was zu den Inhalten von, von Lego Dreams auch verraten können, ähm, wobei, ich will da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber, äh, und so viele Details gibt's auch nicht. Also, wir wissen, die Hauptcharaktere sollen Matteo und Izzy heißen, äh, die Protagonisten können der Beschreibung nach durch ihre Träume reisen und nutzen dafür lilafarbene Pilze. Begleitet werden sie dabei von einem Lehrer für Naturwissenschaften, ähm, was erstmal klingt wie ein freitagabendlicher Besuch im Berghain, ist tatsächlich die, ähm, die 10 Welt Lego Dreams, ähm, da sollen dann auch noch Schimpansen eine Rolle spielen, die ein Schiff steuern, also, es wird sehr creepy, nee, nicht creepy, es wird sehr verrückt. Sehr fantasievoll und eigentlich genau das, was ich mir erhofft hab unter der Themenwelt, ähm, weil's einfach super viel ermöglicht. Ich bin gespannt, wie schön sie die Sets gestalten, aber ich glaube, Lego hat da so viele Freiheiten, dass, ähm, da werden ein paar coole Sachen dabei sein, da bin ich mir fast sicher. Ich bin, ähm, ein bisschen, ähm, verwirrt, dass es, ähm, eine, so eine weitere fantastische Welt wird, weil wir haben ja jetzt gerade, ähm, gut schon seit ein paar Jahren in, ähm, in Windsor, aber jetzt gerade auch, ähm, in, ähm, in Günzburg, ähm, startet, ähm, Mythica. Und normalerweise sind ja Themenwelten auch immer so ein bisschen aufgegriffen, ähm, aus Welten, die es schon gibt bei Lego selbst und hier ist es ja so ein bisschen rück, also, es geht ein anderes herum in Weg. Also es gibt's erst im Legoland und dann gab's ein Set, äh, dazu und das gibt's halt auch nur im Legoland, aber es ist eine Welt, die, ähm, nicht so wie Ninjago oder, ähm, die Ritter oder sonst irgendwas oder auch die, die Autos, also was ja so an City angelehnt ist, ähm, was es halt schon vorher in der Lego-Welt gab und da ist es bei Mythica ja andersrum. Und jetzt gibt es noch eine Welt wie Dreams, die so ein bisschen auf fantastische Geschichten, ähm, basiert, also so ein bisschen träumerisch. Ja, aber das ist doch, man will doch, Lego soll doch die Fantasie der Kinder anregen, ähm, und, also ich find's cool, wenn nochmal einfach eine unlizenzierte Themenwelt kommt. Ich finde auch, Dreams gibt mehr her, als Mythica das hergeben würde, deswegen bin ich ganz froh, dass es eher Dreams als Mythica zur neuen Themenwelt wird. Und ich finde, also wenn das jetzt eine Themenwelt ist, die komplett analog ohne App auskommt, wonach aktuell alles aussieht, dann ist das nochmal eine richtig klassische Themenwelt. Ob die dann erfolgreich wird, ähm, das hängt dann davon ab, wie die Kids das finden. Also ob eine Serie gut ist, ob es vielleicht Comics gibt, eine Zeitschrift und ob das nachher auf dem Schulhof gut ankommt. Dann kann, das kann ja wie bei Hidden Side sein, dass, äh, die Erwachsenen alle sagen, ähm, äh, das ist nix und dann ist es auch tatsächlich nix und kommt nicht an. Oder es ist wie bei, bei Mario, wo die Erwachsenen alle sagen, das ist nix, aber die Kids anscheinend damit Spaß haben und, ähm, das bisher immer noch, äh, sich verkauft. Ähm, ähm, das ist, es könnte beides sein und das werden wir nicht entscheiden, aber ich glaube, dass Dreams zumindest die Möglichkeit gibt, coole Sachen zu bauen, die auch Erwachsenen gefallen könnten und mit denen auch Kinder Spaß haben könnten. Ähm, ähm, aber es hängt natürlich nachher sehr von der Umsetzung ab. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, mal irgendwann, ähm, über die fertigen Sets sprechen zu können. Übrigens, äh, wo wir nur ganz kurz, äh, ich will's kurz aufgreifen, weil wir es bisher nicht im Blog besprochen haben. Ähm, 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 beim Legoland, ähm, gab's ja diese Familienchallenge, ähm, dass man sich so ein mystisches, äh, Viechchen, äh, bauen kann. Und da sind jetzt die Top 100 vorgestellt worden und bis zum 5. Februar kann man auf der Seite vom Legoland Deutschland Resort, ähm, halt dafür abstimmen, ähm, was, wo man dann den Gewinner sieht, ähm, ähm, äh, und die Gewinner können dann, ähm, ich glaube, es sind fünf oder sowas. Nee, die 19 Teams mit den meisten Stimmen und ein weiteres Team, welches von Parkdrache, äh, Olli ausgewählt wird, ziehen in die nächste Runde rein. Und, ähm, ähm, äh, die bekommen dann 2000 Lego-Teile, ähm, und die Chance auf eine der fünf abenteuerlichen Übernachtungen im Legoland Feriendorf. Ähm, cool. Packen wir euch einen Link auf jeden Fall in die Shownotes unter den Lese- und Schauempfehlungen, ähm, mit rein, damit ihr, äh, euch das anschauen könnt. Ja, da sind ganz, ganz witzige Viecher dabei, also daher, äh, unbedingt mal reinschauen. Ähm, ist jetzt vor zwei, drei Tagen erst gelauncht oder vier Tagen, fünf, weiß nicht mehr. So, dann kommt jetzt ein kleiner Neuheiten-Blog über Sets, wo wir auch wieder definitiv Bilder haben, wo man aber vielleicht nicht ganz so intensiv drüber sprechen muss, ähm, weil so viel Diskussionsstoff bieten die Sets uns, glaube ich, gar nicht. Aber trotzdem interessant. Wir haben unter anderem Lego-Disney-Brickheads, nämlich die wir euch jetzt zeigen können, äh, oder auch schon gezeigt haben im Blog. Ähm, insgesamt sechs verschiedene Brickheads verteilt auf drei Sets. Eve und Wally, Cruella und Maleficent und Vajana und Merida. Mega. Mega. Wie finischt. Mega. Ich hab die gesehen und hab gedacht so, oh, geil, 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 geil. Ich bin jetzt, ähm, nicht so der große Fan von, ähm, den Disney-Villains. Ähm, also Cruella, ähm, und, äh, Maleficent. Es ist jetzt, ähm, nicht so mein Hauptthema, obwohl ich, ähm, gerade die, äh, letzten Filme, ähm, davon richtig großartig fand. Also mit realen Schauspielerinnen, ähm, und gerade natürlich auch ein großer Fan, äh, von Emma Stone bin und auch ein großer Fan von, ähm, Angelina Jolie. Ähm, richtig, äh, äh, toll und ich liebe halt auch Vajana und Merida. Ähm, ganz tolle, äh, Filme auch. Äh, find auch die Brickheads darin zu richtig cool gelungen. Und, ähm, ja, Wally ist No-Brainer. Direkt Day-One-Purchase bei mir. Ähm, hab mich richtig gefreut, als ich die gesehen hab. Äh, Wally und Eve sind auch meine absoluten Favoriten hier. Ja, aber du kaufst ja sowieso alle, weil du ja Collector bist. Ja, aber ich kann mich ja trotzdem an manchem besonders erfreuen. Ja, äh, also ich find, also ich find alle gut, am besten gefallen mir, aber also Wally und Eve find ich halt super toll, äh, dann gefallen mir von der Umsetzung ansonsten, ähm, vor allem noch Vajana und Merida gut, weil die jeweils Drucke haben und ich die Charaktere auch mag. Und dann Cruella und Maleficent sind halt so, ja, Cruella kommt quasi ohne irgendeinen besonderen Druck aus und ist halt komplett nur gebaut. Maleficent hat vorne, ja, nur so einen, einen bedruckten Stein, der so ein bisschen einen Farbverlauf von einer, von einer Jacke zeigt. Ja, die find ich nur geht so, ehrlich gesagt. Die sind aber tatsächlich auch nicht an die, äh, Filme angelehnt, ähm. Ne, sondern an die Zeichendrickfiguren. An die Zeichendrickfiguren, genau. Ähm, deswegen find ich den Kompromiss ganz gut, man sieht's auch, äh, woran sie angelehnt sind und, ähm, muss dann deswegen auch sagen, so, ja, sind nicht hundertprozentig meine Figuren. Ich hätt sie lieber zu den Filmen gehabt, ähm, da hätte man auch mehr draus, äh, mehr rausholen können. Meiner Meinung nach ist nur eine persönliche Idee, ähm, aber gerade Vajana und, äh, Mirida, ähm, auch wieder tolle Figuren, ähm, aber Wally ist halt so gut gelungen. Ich hätte nicht gedacht, dass man, ich hab nicht drüber nachgedacht vorher, aber ich hab nicht gedacht, dass man Wally so gut umsetzen kann. Yves find ich dagegen ein bisschen, naja, unrund. Sie fallen halt beide so ein bisschen aus dem Brickheads-Muster raus, aber ich find sie trotzdem gelungen und, äh, freu mich, äh, freu mich auf alle in meiner Sammlung. Und wir haben jetzt fast 200 Brickheads übrigens voll. Wir sind jetzt, äh, bei Brickheads Nummer 198 mittlerweile angelangt und zusammen mit den ganzen nicht nummerierten sind wir schon bei weit über 200 angekommen. Naja, ähm, du sagtest eben, äh, 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 ich, ja, greife jetzt eine Überleitung von vor einer halben Stunde auf. Du hast irgendwas gesagt, dass irgendwas nicht so sehr deins ist. Apropos nicht so sehr deins, nicht so sehr meins, sind nämlich die Lego-Dots-Neuheiten, die zum Thema Harry Potter jetzt vorgestellt wurden. Ähm, wie findest du die denn? Ist das, also, haben wir hier mehr als sieben Sekunden Gesprächsthema, oder? Äh, nein. Next. Also, ja, ganz kurz meine Enttäuschung. Ich, ich, was ich. Ich hatte mich ein bisschen auf bedruckte, äh, ganz kurz. Ich muss nur eine Sache dazu sagen, dann bin ich fertig. Ich hatte mich ein bisschen auf bedruckte Fliesen gefreut, die man irgendwie benutzen kann. Und alle bedruckten Fliesen da drin sind wahnsinnig misslungen. Es gibt nur eine einzige Fliese, wo das Hogwarts-Wappen einfach drauf ist, die man vielleicht mal irgendwo in eine Mock einbauen könnte. Und alles andere ist wirklich völliger Blödsinn. Die Haarfarmen der Charaktere ist halt total verkindlicht, verniedlicht. Ja, ich weiß, es ist Dots und so, es ist auch für Kinder, aber Leute, so nicht. Das ist nix. Das Ding ist, wir wissen, dass Dots rausgedotzt wird. Ähm, und stattdessen gibt's aber jetzt noch einmal so einen Schwung. Ähm, hatten wir grad noch rumliegen, hatten wir eh geplant. Ähm, und wir haben Lizenzgebühren vielleicht dafür bezahlt, zwei, drei, äh, Mark. Das ballern wir dann noch schnell raus. Oder Dänische Kronen in dem Fall. Ah, nee. Also, ich bin da wirklich sowas von unterwältigt. Ähm, ich hab auch definitiv auf mehr gehofft, ähm, was man daraus... Also, ich hab definitiv mit tollen, bedruckten, ähm, Fliesen gerechnet. So, von Hogwarts, von Gryffindor, von Ravenclaw und so weiter und so weiter und so weiter. Und das ist einfach nicht gekommen. Und, ach, das tut so weh. Nichts davon erinnert mich irgendwie an Harry Potter, wenn da nicht Harry Potter... Also, wenn da nicht Harry Potter vorne auf dem, äh, aufgedruckt wäre auf dem Karton, dann würde ich die Sachen sehen und würde das angucken und würde denken, da hat jemand versucht, das Harry Potter Copyright zu umgehen und er ist auch weit genug von Harry Potter weg, als dass es irgendwen stören könnte. Niemand wird sich darüber beschweren, ähm, wenn man jetzt mal die Hogwarts, äh, das Hogwarts-Logo vielleicht außen vor lässt. Aber die Charaktere haben wirklich auch, also, nee, egal. Aber du kriegst doch einen Brief und eine Eule. Nee, kriegst du ja eben nicht. Wo? Äh, oder was meinst du? Du kannst einen Brief bauen als, äh, und eine Eule als Stiftehalter. Ach, komm, hör mir auf, das ist keine Eule. Das ist Huibu, das Schreckgespenst oder so. Egal. Lass uns lieber über ein viel schöneres Set sprechen, nämlich ein Lego-Classic-Set. Und da hätte ich nicht gedacht, dass mir das mal mehr Freude bereiten würde, als über, ähm, Harry Potter zu sprechen. Aber so ist es in dem Fall. Das ist ja witzig. Ja, es ist ein neues Classic-Set vorgestellt worden, äh, mit 1.800 Teilen. Wir wissen den Preis noch nicht final, aber ich geh mal davon aus, dass es, äh, 100 Euro sein werden. Äh, und das hat so ein bisschen den Fantasy, äh, Fantasy-Anleihen. Es geht ein bisschen um Piraten, es geht ein bisschen um Ritter. Ähm, aber ich bin ehrlich. Äh, ja. Also, coole Sachen, die man daraus bauen kann. Natürlich keine Minifiguren, sondern halt so aus Steinen gebaute Figuren. Aber die finde ich sehr gelungen. Aber mein Punkt ist, es gibt 2x2 und 2x4 Steine in Saint-Ein Transclear. Und das hat mich einfach gefreut, weil ich das cool finde, dass sie da eine neue Farbe gemacht haben und das jetzt als 2x2 und 2x4 Steine haben. Aber das ist mein kleines, ähm, Sammel-Sammelding, dass ich das jetzt cool finde. Aber generell sind die Classic-Sets dieses Jahr besser als in den letzten Jahren. Sind viele coole Sachen gekommen. Ähm, und hier, das hier reiht sich da ganz gut ein, finde ich. Okay, dann möchte ich bitte nichts sagen, um die Stimmung nicht runterzuziehen. Weil ich hab's aufgemacht und direkt zugemacht wieder. Hab gedacht so, okay, das ist ja doof. Also, das ist ja so, äh, komplett uninspiriert. Das ist ja das, was du immer als erstes baust. Irgendwie, äh, ne Burg, ein Turm, äh, ein Drache, äh, ein Ritter. Ja, aber das ist für, das ist für Kinder ab 5 Jahren. Also, natürlich sollen die nicht nur mit Drachen und Schiff aufstehen. Ja, aber da fand ich das Party-Kreativ-Set einfach besser mit den 900 Teilen. Ähm, da fand ich auch persönlich, äh, waren witzigere Dinger dabei. Du hast die Kerzen da drin, du hast diese goldenen Teile da drin und so was. Ähm, ja, aber es gibt ja beides, ne? Also, ich find ja auch das Lots of Bricks-Set zum Beispiel, das find ich auch noch mal cooler, weil das halt einfach nur Standardsteine hat, kann man auch immer gut gebrauchen. Aber hier, das hier, denk ich halt so, ja, cool, du hast so ein bisschen, ein paar Fantasy-Teile, ein paar coolere Farben, ein bisschen grau auch, ein bisschen schwarz auch mit da drin. Äh, nee, warte mal, schwarz, doch, auch ein bisschen schwarz. Ähm, äh, grau und weiß und dann halt dieses Datei Transclear, find ich halt cool, um so Eissachen zu bauen, find ich eine nette Idee. Ansonsten auch viel bunt natürlich, aber ich meine, es sind halt Sets für kleine Kinder, die gerade aus dem 4-Plus-Alter raussehen und jetzt kreativ anfangen können, damit Sachen zu bauen. Und da find ich's nett, zu sagen, hey, wir packen da vielleicht noch ein paar Schwerter und ein paar Sperre rein und, ähm, dann können die ein bisschen was Fantasy-mäßiges bauen. Also, ich hab schon viel schlechtere Classic-Sets gesehen, aber ich lass dir natürlich auch deine, deine Abneigung dem gegenüber. Ja, ähm, ja. Wollen wir weitergehen? Ja, gerne. Sollen wir ein bisschen über Polybags sprechen? Oh ja, da gibt's nämlich zwei sehr schönen, ne, vier, vier, nein, es gibt vier neue und eins davon ist sehr schön, so möchte ich mich festlegen. Okay. Ja, fangen wir mal oben an. Wir haben das Dimensionsportal von Doctor Strange, also ein Lego-Marvel-Tütchen. Ähm, 30652 ist die Nummer. Ähm, kommt das nur mir so vor, dass das aussieht wie Papier oder, ähm, ist das tatsächlich schon ein Papiertütchen? Äh, äh, ich glaube, also die sehen immer so aus. Das, warte mal. Nee, das sieht nach weiß aus und nicht nach durchsichtig. Ja, doch, aber das ist, das ist noch, ähm, ich hab noch ein echtes Foto davon irgendwo gesehen und das sind noch ganz normal die, die Plastiktütchen. Okay, alles klar. Ich glaube ansonsten, gerade weil das die sind, die ja einfach so im Laden liegen, vielleicht, obwohl, du könntest auch Plastiktütchen einfach aufreißen und was klauen. Ähm, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber wird bestimmt auch noch umgestellt. Ich glaube, das hier ist noch Plastik, ähm, wenn ich mich da nicht völlig vertan hab. Ja, aber das ist auf jeden Fall ein Set zur, zur Infinity-Saga. Äh, und das ist, glaube ich, auch das, was du als Highlight bezeichnen würdest, oder? Mit dem Portal. Ja, einfach, weil es einfach eine sehr coole Minifigur ist. Wir kriegen Dr. Strange mit diesem, äh, mit diesem Gummi-Umhang, äh, den er hat. Äh, äh, eine Figur mit, äh, einem coolen Torso-Druck, mit bedruckten Beinen, ähm, mit ein bisschen was dabei für 3,99 Euro. Und, äh, JB Spielwaren hat das jetzt zum Beispiel schon mit 15 Prozent Rabatt. Kannst du es vor, also, ja, doch vorbestellen oder jetzt bestellen, weil jetzt Februar angefangen hat. Ähm, also für 3,39 Euro kriegst du halt die Figur, die sonst immer super teuer war. Ich glaube, die war nur im, im Sanktum Sanktorum bisher. Ähm, super Weg an die Minifigur zu kommen. Und dafür finde ich es einfach toll. Ähm, die anderen Polybags sind halt, ja, eher dann was zum Spielen, beziehungsweise das Lego-Disney-Polybag, ähm, ist halt Vaiana, Vaiana's Delfin-Bucht, Delfin-Flucht wollte ich schon sagen. Ähm, Vaiana's Delfin-Bucht, aber es ist halt eine Mini-Doll, deswegen finde ich es nicht so super spannend. Und da gibt es halt noch, im März kommt ein, äh, Lego-Rennauto, ähm, für 3,99 Euro aus 44 Teilen mit einer Minifigur. Sieht so furchtbar aus. Ja, sieht wirklich furchtbar aus. Und da die Lego-Osterhühner 30, 6, 4, 3 ist die Setnummer, kommen auch aus 61 Teilen. Mit goldenen Eiern. Ähm, ja, aber jetzt, also halt aus dieses, was sind diese, Luftballons, ähm, ja, ja, eher genau wie, gebaut wie so Luftballons und diese, diese komische Goldfarbe, Metallic irgendwas, nee, nicht Metallic eben, sondern das andere, egal. Also nicht, finde ich jetzt nicht so spannend, beide nicht so doll. Wobei, also ich muss ganz kurz nochmal zurückgehen, du bist ein bisschen drüber weggegangen, ähm, äh, ich bin tatsächlich ja auch kein so großer Freund von Minidolls, ähm, mir gefällt das einfach nicht, dass das auch so ein bisschen überidealisiert ist, äh, von den Figuren her. Also da finde ich die, ähm, ähm, Minifix einfach besser, die sind so mehr oder weniger, ich sag jetzt mal, unförmig, also die, ähm, die, die geben kein Idealstandard nach einer Figur oder so nach und, äh, die Minidolls sind ja schon immer ein bisschen mager, würde ich sagen, ist zumindest mein dafürhalten, ähm, aber ich find pur halt so gut gelungen, das Schweinchen sieht halt genauso aus wie im Film und das fand ich halt total süß. Ich mag normalerweise auch die Tiere aus, äh, äh, dem, ähm, dem Minidoll-Universum nicht, aber ich find das Schweinchen ist so gut gelungen und das war so mein Highlight, als ich das gesehen hab, ähm, hab ich gedacht so, ach, süß, ähm, und, äh, das grüne Eisbällchen fand ich auch ganz nett, deswegen, ich bin fast am überlegen, ob, äh, das ein Tütchen ist, was ich mir irgendwann mal bei einem, äh, Shopping-Ausflug mitnehmen soll, nur um das, das Schweinchen auf meinen Schreibtisch zu legen, mag das total gerne. Ist ganz cool, dass sie, ähm, dass sie das jetzt auch, also das Schweinchen gab's schon mal, aber jetzt haben sie's halt in dem Polybag und zusammen mit dem Delfin und der Figur ist auf jeden Fall auch ein ganz gutes Preis-Leistungs-Feld. Witzig übrigens auch, dass einfach, also, auf, äh, auf dem, auf dem Cover-Bild, sag ich mal, sieht man Vajana, wie die auf so einem Legos, äh, Surfboard steht und damit fährt und Lego hat auf die Verpackung noch draufgeschrieben, Model does not float. Wo ich denke, wer da denkt, dass das jetzt hier eine reale Repräsentation ist, ähm, naja, gut, ähm, äh, wir haben noch ein, ein weiteres Polybag, das diesmal dann aber als, äh, ja, als VIP-Prämie wieder verfügbar sein wird und das ist das, äh, 40606 Frühlingsvergnügen, so ein VIP-Ergänzungsset, was vermutlich ab 50 Euro Einkaufswert für VIP-Kunden ab März dann verfügbar ist, vermutlich ab dem 1. März, ähm, und, ja, da sind halt wieder so viele coole kleine Einzelteile drin, unter anderem gibt's Bienchen für den Rick. Ja, aber auch Marienkäfer. Ja? Äh, ich, ich war in der Marienkäfer-Klasse, als ich, äh, in E-Dötzchen war. Ich weiß nicht, ob man E-Dötzchen kennt, äh, das sind die Schulbeginner im NRW, ähm, äh, ich weiß nicht, ob das, aber vielleicht kennt das jemand in Hamburg oder, äh, in, äh, München nicht. Ich, I-Dötzchen sind halt, zumindest in NRW, die, äh, Schulanfänger, die aus der 1. Klasse sind und da war ich in der Marienkäfer-Klasse. Also bei uns, ich weiß noch, äh, 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 also Kinder hänseln sich ja auf so witzige Arten und Weisen manchmal und bei uns haben, glaube ich, früher in der Grundschule die Kinder immer gebrüllt. I-Männchen, Kaffeekränzchen, abgeschnittenes Heringsschwänzchen. Das war, so wurden die Erstklässler beleidigt. Also wir haben, äh, orangene Hüte, orangene Mützen vom ADAC bekommen, damit, äh, man uns sieht, wenn wir auf dem Schulweg waren und ich fand die extrem cool. Waren sie natürlich nicht und sie, äh, äh, wiesen sich natürlich auch direkt als I-Dötzchen aus, ähm, äh, das war, äh, ich fand die extrem cool, hab die immer total gerne getragen. Ich glaube, ich hab die noch in der dritten Klasse immer wieder angezogen. Ich fand die so toll, die orangene Mützen. Was ist jetzt eigentlich gerade passiert, dass wir diesen Themenschwenk gemacht haben? Also wir waren beim Frühlingsvergnügen VIP. Ich war in der Marienkäferklasse, Mann. Und es ist ein Marienkäfer mit, äh, mit fünf Punkten drauf, äh, dabei. Es sind Häschen dabei, es sind zwei Fahrräder dabei, ähm, es ist eine Schubkarre, tolle, äh, Hüte. Und aus dem, äh, Supermarkt, beziehungsweise aus dem Bio-Bauernhof, ähm, gibt es Fruit-Päckchen, ähm, also Früchte-Päckchen. Ja. Ah, voll gut. Ich, Erdbärchen gibt's, ey, das ist vielleicht mein Highlights, äh, Poli-Bag dieses Jahr. Ist ja ein großes Poli-Bag, ähm, mit vielen Teilen, aber ich find's einfach großartig. Ich liebe es. Die aktuell, aus meiner Sicht, die, aus meiner Sicht gerade die besten Lego-Gratis-Beigaben, die es gibt, sind diese VIP-Ergänzungssets. Ähm, ich hoffe, Lego macht das noch ein bisschen weiter. Ist jetzt ja das, äh, sechste VIP-Ergänzungsset seiner Art nach, äh, also wir hatten jetzt zuerst das Witzige, das Winterwunderland, das Gruselige, das Piratenschatz und dann jetzt, äh, Anfang des Jahres Mondneujahr. Mhm. Und jetzt kommt halt Frühlingsvergnügen. Ich bin gespannt, was noch kommt. Das Mondneujahr war auch so. Vielleicht kommt dann noch Jahreszeiten mit Sommervergnügen und keine Ahnung was. Ähm, also viele coole Sachen, da freu ich mich sehr drauf. Wir weisen euch natürlich nochmal drauf hin, wenn's verfügbar ist, ähm, kriegt ihr auf jeden Fall im Blog mit. Ja. So. Dann können wir jetzt endlich über einen Stiftehalter reden, der nicht aus Dots gebaut wird. Ja. Ähm. Erzähl mir mehr darüber. Ja, der, ähm, Lego Marvel 76251 Starlords Helm, was ja eigentlich im, äh, im echten Film, hahaha, witzig, ähm, äh, nur eine Maske ist, äh, die sich so um den Kopf herum, äh, manövriert. Und, ähm, ähm, wir bekommen für 79 Geld einen Kopf ohne Deckel, ähm, im Gegensatz zu den 69 Euro über das, ähm, wo wir eben über Busch gesprochen haben. Ähm, genau. Ähm, das Ganze hat 602 Teile, ähm, was halt relativ wenig ist. Es gibt, ähm, das sind keine Sticker auf dem, das sind bedruckte, äh, runde Teile für die Augen, gell? Oder? Ja, das war, wir hatten, wir hatten sehr viel hin und her und sehr viel interne Diskussionen. Also, Jonas hat den Artikel zuerst, äh, vorbereitet und geschrieben, keine Sticker. Dann ging der online, alle Leute in die Kommentare, da sind doch Sticker. Ich hab geguckt, hab gesagt, ja, die Leute haben recht, Jonas hat Quatsch geschrieben, sind Sticker. Und dann hatten wir irgendwann sehr hochauflösende Bilder, haben ganz genau hinguckt und war so, ach nee, das sind doch keine Sticker. Jonas hat recht, das sind Drucke. Äh, also wir haben uns korrigiert und wieder zurückkorrigiert. Ähm, es sind nur bedruckte Teile enthalten. Äh, vielleicht kann man dann hier sagen, vielleicht ist Lego deshalb auf die Idee gekommen, dass das, äh, 10 bis 20 Euro teurer ist, als es sein sollte. Aber irgendwie, also es ist halt ein Experiment, ne? Leute haben immer gesagt, boah, ich zahl lieber mehr und hab alle, oder manche Leute haben das gesagt, ich zahl lieber mehr und hab dafür alles bedruckt. Aber klar, wenn man das jetzt hier so sieht und dann sagt, naja, also wieso kostet der Helm jetzt auf einmal 10 Euro mehr als alle anderen gerade und besteht aber aus weniger Teilen und sieht unvollständiger aus, irgendwas kann da nicht stimmen. Und, ja, es ist halt so, dass dieses, dass dieses Frontteil, diese Mundpartie, sag ich mal, die ist halt recht aufwendig im Druck, würde ich mal behaupten. Äh, und deswegen ist es bestimmt ein großes, teures Teil, aber, also 10 Euro Aufpreis, weil jetzt ein Teil aufwendig ist, weiß ich nicht. Ja, ich find's halt, ich find's halt auch extrem teuer, gerade so, äh, im Vergleich, äh, wenn du hier halt Busch anguckst, die halt einen Deckel hat oben drauf. Also dir fehlt ein kompletter Deckel, weswegen, äh, Lego hier hingeht, ah, stell dir das auf deinen Schreibtisch und, äh, steckst Stifte rein. Naja, gut, aber wie, also was hätte man für einen Deckel haben wollen, ne? Weil das hat nun mal keinen Deckel. Ja, natürlich ist das ... Da guckt der Kopf von Star-Lord oben drauf. Das ist wie bei der Batman-Maske ähnlich, also bei dieser Alten. Ähm, ich versteh das durchaus, das ist überhaupt keine Kritik, aber wenn ich keinen Deckel habe, dann will ich doch nicht Geld wie für einen Deckel bezahlen. Weißt du so, dann muss das Ding 49 oder 59 maximal kosten, ähm, weil mir fehlt ein oberer Abschluss. Es ist natürlich so, dass dieser oberer Abschluss grundsätzlich nicht dazugehört, aber er ist trotzdem nicht da. Und wenn er nicht da ist, will ich ihn auch nicht bezahlen. Und jetzt hab ich das Gefühl, ich muss ihn bezahlen, obwohl er fehlt. Weißt du, was ich meine damit? Ja, ich versteh total. Natürlich fehlt nichts, also ich will keine Haare da rausgucken haben, die aus Lego gebaut werden, oder eine halbe Stirn oder sowas, die da rausguckt. Das will ich hier alles nicht haben, aber ich will auch nicht dafür bezahlen, als wäre es da. Absolut. Das nervt mich so hart bei diesem Set. Ich find den halt an sich sehr gelungen, ne? Also auch, dass die Augen bedruckt sind, find ich toll. Die Teile kann man bestimmt auch anderweitig nehmen, auch vorne dieses ... Ich bin bei den Augen, ey, ganz ehrlich, ich bin immer noch nicht hundertprozentig überzeugt davon, dass das wirklich ein Druck ist. Doch, ich bin mir ... Also, wenn wir uns noch mal korrigieren müssen, wäre es mir hoch peinlich. Ich will mich jetzt da nicht ... Also, ich will nichts versprechen, aber ich bin mir sehr sicher, dass es gedruckte Teile sind. Und ich find das gut, dass Lego dazu übergegangen ist, jetzt zu sagen, oder bei dem Set jetzt entschieden hat, wir drucken das. Vielleicht ist das mal ein Test, zu gucken, hey, was denn, wenn wir alles drucken und dann einfach mal ein Zehner beim Preis draufschlagen, machen die Leute das mit. Und den Kommentaren nachzuurteilen, äh, nicht so wirklich. Also, zumindest gibt's viele Beschwerden über den Preis und ich kann die verstehen, weil das Ding ist einfach super, super teuer. Und Volume of Stuff, was du halt kriegst, ist, äh, ja, nicht mehr, sondern eher, gefühlt ein bisschen weniger als sonst bei den Helmen. Und auch, also, wenn Lego jetzt sagt, naja, ist halt ... Also, kannst du auch als Stiftehalter nehmen, ja, dann stellst du's aber nicht neben die anderen Helme, ne? Also, wenn du da jetzt eine Schere und drei Coolies reintust, dann steht das nicht neben der anderen Helmet Collection. Sieht ja total bescheuert aus. Ähm, ich weiß es nicht. Also, äh, kauft euch lieber einen Lego Star Wars Helm und für fünf Euro einen Stiftehalter bei Ikea, dann, ähm, habt ihr mehr am Ende davon, würde ich behaupten. Aber, ähm, ich kann nicht leugnen, dass ich die Star-Lord-Maske optisch extrem gelungen und, äh, schön gebaut finde. Mhm. Ich weiß noch nicht, ob ich mir das anschaffen muss. Und, ähm, ich fürchte sogar ehrlich gesagt, das wird ein Exclusive-Set, wenn ich das richtig im Kopf habe. Weil zumindest, üblicherweise ist ja so, wenn Händler das bekommen und so ein Ding vorgestellt wird, dann fangen die Händler auch meistens an schon mit den Vorbestellungen. Ich konnte das jetzt für die Star-Lord-Maske oder den Star-Lord-Helm noch nirgendwo sehen. Das heißt, vermutlich irgendwie exklusiv oder teilexklusiv und dann, ähm, ist da auch nix mit Rabatten. Oder weniger mit Rabatten. Deswegen bin sehr gespannt, wie das am Ende ankommt bei den Leuten. Ähm, der Preis tut weh. Ja. Können so, genau so können wir das festhalten. Ähm. Was einigen Leuten auch wehgetan hat, ist, äh, gestern die, ähm, die Bilder von den Kartons von Bricklink-Designer. Vorgestern meinst du? 2000, vorgestern, richtig? Wir haben ja, ich, das werde ich nie lernen. Ähm, also es gibt Kartonbilder für die dritte Runde vom Bricklink-Designer-Programm 2021, die jetzt in einem Monat ungefähr in den Versand gehen sollen. Und, ähm, jetzt wurden die offiziellen Bilder veröffentlicht und dann haben doch schon ganz schön viele Leute gesagt, ah, Mensch, hätte ich doch mal besser bestellt. Ähm. Weil, also einmal kommen einem die Sets jetzt auf einmal extrem günstig vor, nach den Preiserhöhungen. Ähm, äh, und, äh, zum anderen sind die teilweise dann auch doch richtig, richtig schön, muss ich sagen. Ähm, vor allem wenn man, also, so ein Set wie die Sternenwarte, äh, 3876 Teile, wo ja, ähm, sogar Batterien drin sind. Also ich glaube, ein Leuchtstein wird es wahrscheinlich sein, der es da reingeschafft hat. Ähm, und, äh, das Ding ist ja wegen einem Preisfehler für 209 Euro in den Verkauf gegangen. Ähm, und wurde auch dafür, jetzt hat Lego zugesagt, das dann auch zu dem Preis zu verschicken. Ähm, das ist schon günstig. Also für das, was man nachher, glaube ich, da bekommt, würde ich sagen. Ähm, obwohl es nachher im Endeffekt, so wenn du es in der Hand hast, nicht mehr ist als ein Modular-Building, muss man auch ehrlicherweise sagen. Ähm. Äh, ich hatte mir den, ähm, äh, die Baustelle, äh, ähm, vorbestellt und dann wieder storniert. Ähm, was mit einigen Leuten wehtun. Ja, das ist ja nicht mein Problem. Ähm. Mir ist scheißegal, wie wir das finden. Äh, aber tatsächlich so, ich hab, ähm, ich hab, als ich das Bild zuerst gedacht hab, hab es mir so, äh, war ich so leicht heartbroken, hab gedacht so, ah, hättest du doch, hättest du vielleicht doch und dann weiterverkaufen oder so, weißt du, wie ich mein? Ähm, wenn du es nicht behalten willst, ähm, oder doch behalten und, ähm, gerade weil ich ja so auch eine Affinität zu Kranen hab und sowas, ähm, und da war das tatsächlich so ein Set, wo ich gedacht hab, ah, hättest du schon gerne gehabt. Und dann hab ich, äh, die, ähm, den Noppenheimer Bahnhof, äh, gesehen und hab dann gedacht so, heieieiei, auch hübsch irgendwie und du kriegst noch zwei von dem Bähnchen dabei, ähm, oder zumindest zwei Waggons von dem Bähnchen. Äh, findest du auch gut und dann hab ich mir das Chalet angeguckt und dann hab ich gesagt, ja, von vorne ist das Chalet schön, aber hinten ist es wieder nur so ein Puppenkiste, aber das ist deiner, das ist ja auch richtig toll. Und hab mir gedacht so, okay, Minimalismus. Sehr gut. Gut, dass du, äh, dass du nichts gekauft hast davon. Ja, auf jeden Fall, wir haben jetzt, damit, äh, ist das BDP 2021 dann demnächst endlich mal abgeschlossen, wenn die Sets auch versendet wurden, äh, dann haben wir jetzt von allen Sets die offiziellen Bilder gesehen und man kann dann auch so ein bisschen wissen, worauf man sich einstellt, ähm, was beim BDP Series 1 jetzt auf uns zukommt, wie vielleicht irgendwann Boxen aussehen könnten, wie hochwertig das nachher alles wirkt, wenn's fertig ist, weil ich denke mal, ungefähr auf dem Niveau wird's sein, vielleicht sogar noch ein bisschen besser. Ähm, und, äh, da an dieser Stelle wollen wir euch noch ans Herz legen, so als kleine Leseempfehlung zwischendurch, da hat Tobias, äh, einen Kommentar zugeschrieben, also einen, einen Artikel bei uns im Blog, der als Kommentar gekennzeichnet ist, wo er sich so Gedanken darüber macht, ob das BDP quasi, ähm, ja, die vielen Änderungswünsche, die viele Leute jahrelang bei Lego Ideas hatten, umsetzt und ob das nicht eine sehr gute Idee ist und, ähm, geht da nochmal so ein bisschen, ähm, da durch, äh, ja, wie wie die, wie die Regeln eigentlich jetzt sind beim BDP, was das vielleicht, äh, Ideas gegenüber für Vorteile haben kann oder auch Nachteile haben kann und, äh, werft da unbedingt mal noch einen Blick rein, weil, der ist sehr gut, der Beitrag. Mhm. Ja, hast du zum BDP noch was? Äh, nee, ich finde einfach nur dieses Sets irgendwie sehr cool und denke so, das ist, das ist auch vielleicht dieses, was ich letztens angesprochen hatte mit dem, ähm, äh, Lego Pro-Dings. Also, das ist so ein bisschen, das ist das, was die A-Folds wollen, ähm, in schön. Ja, und ich glaube, dass, dass die, das Brickling-Designer-Programm jetzt auch in der Series 1 ganz gut umsetzen können wird und, äh, ich bin da sehr gespannt, äh, wie das nachher im, also was da jetzt für Sets eingereicht werden, was ausgewählt wird. Die Einreichungsfrist hat, äh, vorgestern begonnen, wenn ihr das hier hört, am 1. Februar konntet ihr anfangen, eure Sets einzureichen, ähm, bis jetzt, wann? Anfang März oder Ende März? Ich weiß es nicht genau, schaut lieber nochmal nach. Habt ihr jetzt die Chance, das noch zu machen? Ähm, viel, viel Erfolg dabei, äh, an allen, die daran teilnehmen werden. Dann gab's noch eine Meldung, die ich tatsächlich, ähm, mit einem weinenden, einem lachenden Auge verfolgt habe. Ähm, denn die Legos, äh, Ninjago City, äh, Markets 71799 soll als groß Ninjago City, äh, Erweiterungsset, ähm, fungieren. Mit über 6.000 Teilen, was ein, äh, Ding, also 6.163 Teile sollen es insgesamt sein für 369 Euro, was ich eigentlich dafür auch, natürlich werden das viele kleine filigrane Teile sein, glaube ich auch. Ähm, aber finde ich trotzdem, fairen Preis soll, ähm, im Juni 2023 kommen, ähm, wird wahrscheinlich, äh, kurz, ich wollte zu dem, zu dem Preis noch was anmerken und zur Teilezahl und so. Äh, die Informationen, über die wir jetzt sprechen, basieren, äh, allesamt auf Informationen, die Promobricks veröffentlicht hat. Das heißt, äh, wir, wir können uns ja nur auf das beziehen, was die halt im Prinzip gepostet haben und gerade der Preis soll da 369,99 Dollar sein. Es kann auch sein, dass es in Euro sich nochmal ein bisschen anders gestaltet. Das ist immer so ein bisschen, ne, also, äh, seht das bitte nicht als gegeben an, dass es definitiv so viel kosten wird. Aber es ist, äh, auf jeden Fall auch nicht unwahrscheinlich, dass es auch einfach 370 Euro sind. Mhm. Ähm. Ähm. Ähm, das Ding ist halt auch ein bisschen, äh, ähm, dass ich ja mal diese Ninjago City angefangen hatte, ähm, auch bereits ein Set davon hatte, die anderen auch gerne haben wollte und sowas und dann, äh, mich dagegen entschieden hab und alles abgerissen hab und, äh, auch wieder verkauft hab und sowas und, ähm, jetzt kommt wieder ein neues Set und ich denk mir so, ah, die Gärten waren schon so gut und jetzt kommt ein Market noch dazu und, ah, Mist. So, so, ich, ist so ein, did I wrong, aber ich glaube tatsächlich, I did not wrong für mich persönlich, ähm, aber ich find's halt richtig cool, dass da, dass die diese Serie einfach nicht aufgeben und immer so in so einem, äh, paar Jahreswechsel auf einmal wieder ein Set kommt. Also, es hätte ja auch so sein können wie bei einem Modular, dass jedes Jahr ein Set kommt, aber dann kam 2017, 2018, dann im Februar 2021 und jetzt kommt's wahrscheinlich im Juni 2023, äh, wieder eins. So, das sind, äh, so, äh, wieso gibt's da keine, kein offizielles Statement mit so, äh, diese Serie wird nicht sterben oder so, weißt du, was ich mein? Naja, weil man das natürlich nicht macht bei Lego, ne? Also, ja, aber hätte ich gern. Haben sie die gemacht und, ja, hätte ich gern. Aber, hätte ich aber trotzdem. Das Ding ist, ich glaube, es ist ja immer das Gleiche. Lego bringt ja ein neues Set raus wie die Gardens und dann, ähm, sagt vielleicht der Designer, der das gemacht hat, Och, Mensch, ich hätte Lust, noch eins zu machen, ähm, oder, äh, irgendein anderer Designer sagt, jetzt hab ich mal Lust, hierfür was zu bauen, äh, und dann, ne? Also, ich glaube, unter Designern ist dieses Ding total beliebt und viele hätten wahrscheinlich Lust, da noch ein Ding zu bauen. Aber es hängt natürlich extrem davon ab, wie gut sich der Vorgänger verkauft. Es hätte durchaus sein können, das ist das Letzte, wenn jetzt die Gardens sich nicht verkauft hätten. Ähm, nun scheint es so, dass sich die Ninjago City Gardens gut verkauft haben und Lego das dann nochmal verlängert. Wenn jetzt die Markets sich wieder gut verkaufen, na, dann wird Lego sicherlich da noch ein Ding draus machen und sagen, hey, wir machen da jetzt eine Sache raus, jedes zweite Jahr kommt so ein Set. Ähm, oder meinetwegen auch jedes Jahr, wenn die meinen, sie hätten genug Absatz dafür, warum nicht jedes Jahr so ein Ding raushauen? Mhm. Aber, äh, es wird halt immer erst entschieden, wenn das vorherige Set sich lang genug gut verkauft hat, würde ich sagen. Ähm, oder wenn es halt irgendwann so eine Institution ist wie ein Modular Building, dass dann nicht mehr darüber diskutiert wird, ob im neuen Jahr noch ein neues kommt. Erst wenn sich fünf hintereinander schlecht verkauft haben, wird das wahrscheinlich abgeschafft. Äh, aber, lass mich jetzt nicht, äh, ähm, lügen, aber sind die Modular Buildings nicht immer zum 1.1. rausgekommen? Genau, ja, die Modular Buildings sind seit vielen Jahren zum 1.1. rausgekommen. Ah, nee, stimmt gar nicht. Weil sie sich halt auch immer gut verkauft haben. Stimmt nicht. Oder was? Nee, stimmt tatsächlich nicht. Also, es ist erst seit 2014 so, dass die immer zum 1.1. rauskommen. Ähm, 2007 bis 2013 war alles Mögliche. Also, April, Juni, April, September, wieder April. Also, das ist gleiche komische Abstände wie bei der, ähm, äh, bei der Ninjago City. Okay, okay. Ja. Also, ich hab das, also es ist auch erst sehr, äh, nach sehr, sehr vielen Jahren eine Institution geworden. Von daher, ähm, beruhigt mich das ein bisschen, dass ich Hoffnung haben kann, dass es eventuell doch auch eines Tages zu einer Institution wird. Wir werden sehen. Ähm, und dann werde ich mich richtig ärgern. Das werde ich, das kann ich dir jetzt schon sagen, äh, so, äh, ähm, im Podcast, ähm, 2033, wenn das immer zum 1. oder zum 1.6. ähm, immer ein Ninjago, äh, City-Update kommt, dann werde ich mich ärgern. Ich kann das jetzt schon prognostizieren. Ich wollte gerade sagen, ich schwör, aber ich kann das prognostizieren. Ist der bessere Fall. Jonas spekuliert in dem Beitrag ein bisschen darüber, anhand der Teileanzahl, ähm, im Vergleich zu den vorherigen Sets, wie groß das vermutlich werden könnte oder werden müsste, um die Teile überhaupt alle unterzukriegen, ähm, kommt dann darauf, dass eigentlich wieder mindestens 32 mal 48 Noppen werden muss, wie zuletzt bei den Gärten auch, weil noch höher bauen, um das Ganze, ähm, ja, die Teile unterzubringen oder noch detaillierter wird echt schwierig. Ähm, irgendwann wird's instabil oder, ähm, also die Sets waren einfach auch schon immer sehr detailliert gebaut und die werden wahrscheinlich auch wieder ja so recht luftig bleiben und nicht so ganz massiv. Ähm, deswegen, ey, super spannend, das zu sehen, wie das, wie das aussehen wird. Ich freue mich total drauf, ähm, ich hoffe, die Info stimmt soweit und, äh, aber ich gehe fest davon aus, dass wir dann irgendwann im Laufe des Jahres oder im Laufe des Frühjahres weitere Infos haben und dann irgendwann über erste Infos beziehungsweise Bilder nochmal sprechen können, wie es denn genau aussieht. Und, äh, ja, ich bin, also, ja, für mich, wenn das irgendwie in Richtung Ninjago City oder in Richtung Gardens geht, ähm, die, den Hafen, finde ich, geht so, ehrlich gesagt, der ist nicht ganz so verspielt einfach, deswegen ist es jetzt nicht so ein Riesenthema für mich, aber die anderen beiden, äh, wenn's irgendwie in die Richtung geht, ich würde mich, also, ich, also, ja, ich freue mich sehr drauf, wird ein Pflichtkauf, ähm, tolles Set, wahrscheinlich, also, wenn, ich weiß nicht, was da schiefgehen soll, ehrlich gesagt. Ja, ich hab, äh, ich hab ja auch immer dieses, ähm, äh, von den Chinese New Year Sets gab's ja dieses eine, was so ein bisschen, ähm, äh, theoretisch auch da dran gepasst hätte noch, äh, dieser, was war das, äh, ich, Garten, irgendwas auch mit Garten, ich komm jetzt gar nicht. Ach so, ja, aber das passt ja auch zu den Modular Buildings irgendwie ganz gut. Ja, genau, das passt ja überall hin, im Prinzip. Das Universal-Lego-Set quasi. Wirklich, es ist so, wenn, wenn, wenn ich ein großes Wohnzimmer hätte, ähm, und schon lange so was am Sammeln wäre, dann hätte ich wahrscheinlich an der, äh, einen Wand so, ähm, ein paar Zentimeter unter der Decke, ähm, so eine durchlaufende, ähm, Brettereihe gehabt, wo ich halt nur ein Modular nach dem anderen hingeknallt hätte. Und jetzt so mit diesen mehreren Ninjago-Cities hätte ich wahrscheinlich auf der gegenüberliegenden Seite, ähm, das Gleiche gemacht mit, äh, Ninjago-Cities jetzt, die man so immer aneinander steckt, weißt du, dass man so, so eine Welt, ähm, in einer Linie hat, ähm, ohne dass man eine ganze Stadt aufbauen muss oder so, das nimmt ja auch immer wie viel Platz weg. Ähm, hast du übrigens schon mal darüber nachgedacht, wenn du, ähm, wenn du eines Tages anfängst, so Modulars zu bauen, ähm, mit einer, ähm, mit einem schwebenden Tisch zu arbeiten, den du hochziehen kannst? Das hab ich nämlich, glaub ich, noch nie gesehen, aber ich denk mir immer so, ähm, die Leute haben teilweise hohe Räume, ähm, und man könnte so etwas unter der Decke so storen, äh, lagern, ähm, und man könnte sich doch einfach einen Tisch bauen, der an so, was weiß ich, so, so Ketten zum Hoch- und Runterfahren oder, ähm, ähm, Dings. Wackelt das die ganze Zeit, also, dann läuft da jemand gegen, dann schwankt das wie so, wie so eine... Ja, aber das würde dem nichts ausmachen, glaub ich. Ähm, du könntest es halt auch auf dem Boden, ähm, wenn du dann so, äh, einklappbare Stuhlbeine, äh, Tischbeine hättest, weißt du, dann könntest du das unten auf den Tisch stellen, runterfahren, zack, und wenn, dann klippst du die wieder ein, ähm, wie bei, ähm, so aus dem Campingbedarf gibt's so Markisen, da kannst du das so einklappen, weißt du, und auch, äh, es gibt auch in, äh, so Vans, gibt's ja so Betten, die du hoch- und runterfahren, dann kannst gerade so in dem, ähm, Motorradbereich, äh, wenn du im Motorrad, äh, zum Motorradrennen fährst, dass hinten die Motorräder rein können, und dann, ähm, ähm, äh, wenn, wenn die Motorräder draußen sind und du bist auf, an einem Renntag da, kannst du einfach dein Bett von der Decke runter, äh, fahren lassen und dann, äh, hackt sich das unten ein oder du machst, äh, Beine drunter oder so, das finde ich schon, also, das ist zumindest eine Idee, die ich machen würde, wenn ich nicht viel Platz hätte, so, wo ich drüber nachdenken würde. Nicht, dass ich das umsetzen würde, aber so würde ich drüber nachdenken. Ähm, Rick, ich bin ganz ehrlich, ich kann mich nicht auf deine Ausführungen konzentrieren, weil ich unbedingt über das nächste Thema sprechen möchte. Ah, soll ich gehen? Ähm, und, ja, das ist der Punkt, du wirst jetzt kein, einfach kein würdiger Gesprächspartner dafür sein, und es könnte sein, wenn du jetzt gleich sagst, das interessiert mich nicht, finde ich langweilig, dass ich, äh, irgendwas gegen die Wand werfe und sauer werde, weil ich das nicht akzeptieren kann. Und zwar, auch wenn wir das Bild jetzt nicht zeigen werden, wir brauchen auch hier nicht so tun, als ob es nicht gäbe, ähm, nämlich gibt's einen ersten Leak zum kommenden Lego-Header-Ringe-Set und ich kann jetzt nicht anders, als darüber zu sprechen, ähm, zumindest wie es aussieht und wie wunderschön es ist. Darf ich? Und das ist das schönste Set aller Zeiten, zumindest in diesem Jahr, werden wird. Und ich dulde hier keine andere Meinung, Rick. Darf ich bitte dazu was sagen? Ich hab mich, äh, gestern, ähm, als es diese Leaks gab, ähm, hab ich mich, äh, mit meinem, äh, besten Lego-Buddy Flo unterhalten und der meinte so, boah, so ein schönes Set und ich so, interessiert mich nicht. Und der so, komm, wir bauen das zusammen, wenn ich, ich kaufe das und wir bauen das zusammen. Und ich so, ne, mach ich nicht, keinen Bock drauf, interessiert mich null. Und der war genau so entsetzt und schockiert, wie du, ich hab, also es ist wirklich nicht mal so, dass ich sage. Das wird auch niemand verstehen können. Wenn einer in die Kommentare schreibt, ich bin da ganz bei Rick, ich flippe aus. Ey, wirklich, ich find das nicht mal schön. Also nicht mal, wenn ich die Figuren weglassen, wenn ich die Figuren weglassen würde und sagen würde. Wirklich, Folge 191, es wird die letzte Folge von diesem Podcast sein. Das kann nicht sein, dass du, dass du zumindest nicht mal anerkennst, wie schön das gebaut ist. Wenn man sich für das Thema nicht interessiert, so be it, fine. Aber du musst es doch wohl angucken und sagen, wenn das jetzt auf einer Ausstellung als Mock stehen würde, dass du das bewundern würdest und sagen würdest, was für ein krasses Modell. Ich bin schon an so vielen Lord of the Rings Sets vorbeigegangen, die mich einfach nicht gepackt haben. Es tut mir wirklich leid. Es reicht nicht mal, dass du die Figuren wegnimmst und sagst, hier ist eine Mittelalterstadt. Das packt mich einfach nicht. Ich hab das Mad-Evil-Village... Ist ja auch keine Mittelalterstadt, ist eine elbische Stadt. Okay, dann bleib ich an. Ich hab das Mad-Evil-Ding gesehen und hab gesagt so, ach, ist das niedlich, ist das schön, ist das cool. Oder ich hab mir die Bilder von Legend of Zelda angeguckt, wo ich überhaupt nicht im Thema drin bin. Ich bin null im Legend... Lass uns gleich noch über die anderen Links sprechen. Ich würde gerne noch kurz einmal thematisch bei Herr der Ringe bleiben, weil da zumindest die Chance besteht, dass bis der Podcast online geht, dass dann auch ein Artikel dazu bei uns im Blog online ist, den wir dann monothematisch quasi dazu verlinken können. Ähm, kurz einmal zu den Fakten. Also, Set Nummer 10316, offiziell ein Lego-Icon-Set, aber irgendwie halt ein Lego-Head-der-Ringe-Set. Bruchtal wird gebaut aus 6.167 Teilen. Das Set kommt ab dem 1. März in den Lego-Online-Shop. Ist also entweder ein VIP-Vorverkauf oder Verkaufsstart, wissen wir nicht genau. Und die UVP wird 499,99 Euro sein. Das Set ist, und das ist die große Sache, die wir jetzt endlich mitnehmen können, weil darüber lange spekuliert wurde, im Minifiguren-Maßstab gebaut. Dementsprechend sind auch viele Minifiguren dabei. Wir sehen den Rat von Elrond und wie wir es uns gewünscht haben, Jonas und ich, also Jonas hat dazu einen Spekulationsartikel geschrieben. Wir haben darüber im Stream schon mal, also bei Quatschen und Bauen spekuliert und uns gewünscht, dass mindestens die neuen Gefährten dabei sind und die sind dabei. Aber es sind auch noch, soweit ich mich nicht verzählt habe, 5 weitere Minifiguren dabei. Mit dabei ist unter anderem der alte Bilbo, Elrond und Arwen und zwei auf den ersten Blick für mich nicht erkennbare, also vielleicht einfach namenlose Elben, die mit in Bruchta leben. Das sind so das, was man auf dem Bild erkennen kann. Ich will es jetzt nicht Stück für Stück beschreiben, da macht man sich irgendwie auch, ja, also dann kann ich auch direkt das Bild zeigen, aber es ist einfach sehr, sehr schön gebaut, finde ich. Hat eine sehr filigrane Architektur, die der elbischen Architektur würdig ist, so ist zumindest meine Meinung und meine Sicht auf das Set. Aber Rick sieht das ja alles ein bisschen anders. Darf ich bitte an der Stelle eine Sache dazu sagen? Eine noch, ja. Als ich das gesehen habe. Danach verbiete ich dir den Mund wieder. Als ich das gesehen habe, habe ich gedacht so, boah, das ist die große Halle in Löchrich. Also Harry Potters große Halle in, also, oder, ähm, Schloss-Hogwart in, in Löchrich. Und die ganzen, also, das Dach und all sowas, da habe ich gedacht so, ey, das ist bestimmt so ein Ding. Ich habe auch ein bisschen Angst, dass das ein bisschen Puppenhaus-mäßig ist, also, dass das nur die, die halbe, das halbe Haus ist. So, und auf der anderen Seite ist leer, damit du da reingucken kannst. Und dann dachte ich mir so, nee, 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 nee. Ist wirklich, wirklich, es tut mir wirklich wahnsinnig leid für dich. Und für jeden anderen, der, 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 das, das, das muss dir überhaupt nicht leid tun für mich, weil, äh, du kannst mir das nicht schlecht reden. Da kannst du noch nicht schlecht reden. Ich will es ja auch nicht schlecht reden. So, ich, 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 es tut mir einfach nur so leid, dass ich so der undankbarste und furchtbarste Gesprächspartner, äh, dabei bin. Und mir immer nur denke so, ey, Herr der Ringe, ich verstehe nicht, warum das so eine, äh, so ein Fan-Dom ist. Warum, das ist ja irgendwie von der Größe her locker mit Harry Potter und Star Wars kann das ja mithalten. Ähm, ja, ja. Aber bei mir, mich lässt das so unfassbar kalt. Es ist wirklich so, dass ich die Filme gerne gesehen habe. Und das ist wenigstens noch, ähm, im Gegensatz zu Indiana Jones, wenigstens etwas, da haben mich die Filme unterhalten. Ich würde denen so sechs Punkte geben bei IMDb von zehn. Ähm, ähm, Rick, lass uns zum nächsten Thema gehen. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ich springe hier wirklich fast auf. Ich würde den Herr der Ringe-Film so sechs Punkte geben. Das ist, das ist, Hobbit vielleicht sieben mit viel Goodwill. Ich kann das hier alles nicht mehr. Kann mich hier jemand rausholen aus diesem Podcast-Projekt? Es muss doch, ihr nach 191 folgen, ist doch irgendwann auch mal gut, oder? Schreibt mal in die Kommentare, dass ihr Verständnis habt. Das kann doch... Kann, kann, ähm... Wieso kann das nicht einfach akzeptiert werden, dass ich einfach... Ich, ohne Witz, wenn ich mich jedes Mal so verhalten würde, wenn ich mit dir über Fußball sprechen möchte, oder über American Football oder so... Ja, das ist ja auch berechtigt, das ist ja alles Quatsch. Es ist doch... Ich sterbe. Das muss doch einfach... Man muss doch einfach damit lehnen können, dass meine Meinung die richtige ist. Also ich verstehe gar nicht, wo dein Problem ist. Gut, also wir haben jetzt hier kurz darüber gesprochen. Wir werden das sicherlich mal irgendwann adäquat und ausführlich bei Quatschen und Bauen besprechen, aber wahrscheinlich erst dann, wenn wir auch wirklich Bilder zeigen können, weil dann macht es richtig Spaß, darüber zu sprechen. Und da freue ich mich sehr drauf. Auch wir werden nochmal darüber sprechen, wenn die richtigen Bilder da sind, hier im Podcast. Ich möchte... Und dann bin ich gespannt, was dann deine Meinung ist. Ich möchte wirklich sehr, sehr gerne, wenn Hedering und Indiana Jones rauskommt, wirklich, dass wir Tobias oder Jonas oder auch Jens oder so mit in diesem Podcast haben, weil ich möchte dann nicht dir das wieder so vermiesen. Weil es ist einfach wirklich... Es macht mir auch ein bisschen Spaß, deine, also, um das jetzt mal zu entzaubern, ich finde es schon auch ein bisschen witzig, deinen Eindruck dazu und ich rege mich dann gerne darüber auf, weil ich es wirklich einfach nicht verstehen kann. Aber ich lasse dir natürlich deine Meinung. Es ist völlig okay, wenn dich das nicht begeistert. Das Ding ist, es kann... Ich bin ja auch nicht so der große Disney-Fan, aber es wurde dann auch ein Set geleakt zu den sieben Zwergen und ich dachte so... Direkt, ich habe so direkt gedacht so, ach, das ist aber eine schöne Hütte. Weißt du so, ich... Lass uns jetzt dann direkt den Themenschwenk vielleicht machen und weggehen von Herr der Ringe und über diese ganzen anderen Leaks sprechen. Ich weiß nicht, wie detailliert man darauf eingehen muss, weil, also, die Geschichte ist eine super spannende, aber ehrlich gesagt, aus meiner Sicht schon wieder, also, ich habe da immer vielleicht ein bisschen besondere Sicht drauf, aus meiner Sicht nicht wegen der Bilder an sich und wegen dem, was man da sieht, sondern wegen der Art und Weise, wie diese Bilder zu uns gekommen sind. Weil, soweit ich das nachvollziehen kann, ist Folgendes passiert. Da hat ein Lego-Fan, ist Mitglied bei so einer Internetseite, wo man gegen Geld Umfragen machen kann. Es gibt ja einfach so Internetseiten, die einem anbieten, hey, mach hier diese Marktforschungsumfragen mit und dann kriegst du immer ein bisschen was und kannst dir nachher dafür einen Gutschein holen oder so für irgendwas. Ist eine sehr schlecht bezahlte Arbeit, würde ich sagen, aber wenn man an sowas Spaß hat, kann man sich da sicherlich ein bisschen durchklicken und so Sachen machen. Man kann nicht auswählen, hey, ich möchte jetzt eine Umfrage für Lego machen, sondern du gibst halt einen, keine Ahnung, ich bin so alt, irgendwie machst du ein bisschen deine Demografie und dann kriegst du halt Umfragen zugewiesen. Und dieser Typ hat jetzt durch Zufall eine Umfrage von Lego bekommen, die, wie er sagt, hinter keiner Geheimhaltungsvereinbarung war. Er musste keine NDA unterzeichnen, er musste nicht mal einen Haken setzen, dass er das irgendwie für sich behält. Und wo einfach, ja, Sketch-Modelle, sag ich mal, also Vorab-Modelle oder teilweise sogar mehr oder weniger finale Modelle von kommenden Lego-Sets gezeigt wurden. Mit ein bisschen Beschreibung dazu, hey, wie findest du das? Und parallel dazu wurden in genau dem gleichen Stil, also auch mit Wasserzeichen drüber, Modelle gezeigt, die es aktuell noch im Sortiment gibt oder mal gab. Und vermutlich sind diese Umfragen dazu da, um einfach rauszufinden, hey, ich zeige den Leuten jetzt irgendwie drei Figuren. Einmal von Mini und Micky, wie es die schon mal gab als Figuren und dann unter anderem von Donald und hier Simba von König der Löwen und gucke dann, was die wie kaufen würden. Und wenn die jetzt besser abstimmen als bei Micky und Mini, vielleicht lohnt es sich dann, das zu machen, weil Mini und Micky sind nicht gut gelaufen oder so. Also einfach ein bisschen Marktforschung. Und da der Typ, ja, bei, also keine NDA unterzeichnen musste, hat er gesagt, naja, die Bilder, da sind Confidential-Wasserzeichen drauf, die poste ich jetzt mal nicht ins Forum, aber alle anderen Informationen hat er bei Eurobricks gepostet. Weil er halt gesagt hat, naja, es gab keine NDA. Und ganz ehrlich, der hat ja nicht Unrecht, ne? Ich hätte das vielleicht nicht gemacht, aber nur, weil ich halt um die Brisanz des Themas weiß. Und, ja, die Bilder hat er dann aber auf Nachfrage an alle Leute geschickt, unter anderem auch uns. Und Promobricks hat gestern recht großen Artikel dazu gemacht. Wir haben das bisher, während wir das hier aufnehmen, noch nicht im Blog aufgegriffen. Und wir werden auch, also auf jeden Fall werden wir die Bilder nicht zeigen, weil die halt natürlich die Wasserzeichen haben und als Confidential gekennzeichnet sind, aber halt eben nur die Bilder. Aber wir werden jetzt auch keine detaillierten Setbeschreibungen machen. Aber gar nicht unbedingt, weil ich denke, ah, das sollte man nicht machen, weil Leak, sondern weil ich der festen Überzeugung bin, dass diese Sets nicht oder nicht in der Form erscheinen werden. Zumindest ein Großteil davon. Weil manche davon erstens so schlecht gebaut sind, dass es nicht mehr als ein Sketchmodel von irgendwas sein kann. So ein, ah ja, wir machen mal, wir gucken mal, wie die Leute das fänden. Und dann hat ein Designer in einer Stunde mal was hochgezimmert. Und weil ich manche, ja, also ich glaube, dass manche davon halt irgendwie in diese Umfrage gepackt wurden, um halt irgendwie einfach mal das Interesse abzuklopfen. Und ich glaube, dass wenige davon wirklich so erscheinen werden. Auf Instagram ist jetzt gerade alles voll von Leaks. Die Leute sagen, ah, das sind die Neuheiten 2023, 2024. Und ich würde jetzt, wie viele sind es, zwölf Stück insgesamt, neben dem Herr der Ringe Rivendell-Set, was übrigens nicht aus dieser Umfrage stammte, witzigerweise, nicht von demselben User kam, aber genauso aussieht. Das heißt, es gab vermutlich eine andere Umfrage, wo das drin ist. Aber das nicht 16 sind es? 15? 15. Warte mal. Also, wir haben die sieben... 12. Okay. Wir haben die sieben Zwerge von Disney. Wir haben Rivendell von Lord of the Ring. Wir haben den... Nee, Rivendell war nicht Teil davon. Ja. Aber zu dem Leak-Dings insgesamt. Weißt du, wie ich meine? Soll ich gerade mal auflisten einmal? Nee, da bin ich ja gerade bei. Okay, ja gut. Dann mach weiter. Dann haben wir den Sorting-Head, also den entsprechenden Hut von Star Wars. Ach, Star Wars. Von Herr der Ringe. Herr Reporter, Mann! Der sprechende Hut von Star Wars ist der Helm von Darth Vader. Dann haben wir... Balder Moll, glaube ich. Was? Balder Moll. Eine Dur ist die Tonart, in der das gespielt wird. Ähm... Barad-Dur. Ja, witzig, witzig. Barad-Dur, genau. Sind wir bei vier. Dann haben wir, ähm, die, ähm, Menschen, also die Schule von den X-Men. Fünf. Dann haben wir so ein Gossam-City-Relief. Sind sechs. Dann haben wir Jabba's Barge, also die, die, das Schiffchen. Ähm, Legend of Zelda. Ähm, sind acht. Dann haben wir die Mittelalterstadt. Sind neun. Donald Duck als, äh, Figur. Zehn. Ähm, Simba. Elf. Äh, Snow White. Ähm, als, also, ähm, Schneewittchen und die sieben Zwerge als Hütte. Sind zwölf. Malificent, ähm, auch wieder ein Diorama mit Drache und, äh, Ritter sind dreizehn. Dreizehn. Ähm, und die, ähm, äh, die Fuchsbau sind vierzehn. Ne, dann hast du eins jetzt doppelt gezählt. Wenn Malificent 13 ist, muss der Boro 14 sein. Ich bin mir hundertprozent sicher, es ist ja nur 13. Es tut mir leid. Es gibt den Fuchsbau von Harry Potter, den entsprechenden Hut von Harry Potter. Herr der Ringe ist Baradour. Marvel X-Men Menschen. DC Gotham Skyline. Lego Star Wars Sailbarge. Legend of Zelda. Ähm, das mittelalterliche Dorf. Disney Donald Duck. Disney König der Löwen. Disney Schneewittchenhaus. Und Disney Maleficent sind zwölf Stück. Und, ähm, dann als 13. Plus die sieben Zwerge. Plus Reventer. Nein, das ist, Schneewittchen ist die sieben Zwerge. Das Schneewittchenhaus ist Schneewittchen und die sieben Zwerge. Ah, ja, 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 richtig. Das hab ich doppelt gezählt. Das hab ich doppelt gezählt. Ja, genau. Hast du das doppelt gezählt? Okay, okay. Dann sind wir bei 13 mit dem Herr der Ringe-Ding. Wobei, wie gesagt, Herr der Ringe nicht in der gleichen Umfrage kam. Und nicht aus der gleichen Quelle kommt wie der Typ. Der Typ sagt auch, keine Ahnung, woher das kommt. Ich hab mich schon mal gefragt, ob jemand anders Herr der Ringe, also quasi ein Herr der Ringe-Bild hatte und gesagt hat, haha, ich tu mal so, als ist das der gleiche Leak. Und dann die Wasserzeichen drüber gefotoshoppt hat. Ist aber auch nur eine Theorie von mir. Keine Ahnung. Was ich tatsächlich ein bisschen weird finde, ist, was in diesen Confidential-Dingern immer drunter steht. Ja. Da gibt's nämlich so ein graues Feld, als wäre das Ganze eine Auktion. Ich nenne das jetzt mal bewusst so, als wäre es was anderes, ja? Und das ist das etwa, wo ich mir denke, warum sollte man das so in eine Umfrage schreiben? Ja, da steht, please note that you are bidding on one box of 3122 pieces. Also ich glaube, da geht's halt darum, ich weiß nicht genau, wie das Umfragendesign war, das ist, würde ich gerne mal nachstellen, aber ich schätze mal, das ist so, vielleicht wurden so Sachen gegenübergestellt. So, würdest du eher das kaufen oder das? Und dann bietet man, also ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, also es gibt zum Beispiel bei dem Sorting Hat, gibt's halt die Frage, maybe offered zu einem X-Preis und dann, how interested would you be in buying the Lego Set at this price point? Ja. Ist vielleicht also so, wie viel würdest du dafür wirklich zahlen, dass sie da wirklich nur abgefragt haben, das ist die Größe, was wärst du bereit dafür zu zahlen? Vielleicht sind sie sich nicht ganz sicher, ob ihre Preispolitik aktuell noch gut beim Kunden ankommt. Kann auch sein. Also ich hab noch ein paar Gedanken zu dem Thema, weil ich ja eben gesagt hab, dass ich nicht glaube, dass die Sets so erscheinen. Ich hatte in der Vergangenheit das Glück, sag ich mal, immer mal wieder von solchen Marktforschungsumfragen zu hören, die in der Regel deutlich besser gesichert waren als hier das hier. Wo man dann Berichte rausgehört hat, wo man gesagt wurde, hey, ich habe das gesehen, ich habe das gesehen und wo ich teilweise auch Bilder sehen konnte von Sachen und all diese Dinge haben gemeinsam, die Sets sind niemals genau so erschienen, wie sie gezeigt wurden oder ganz, ganz selten genau so erschienen, wie sie gezeigt wurden. Ähm, manche Sets wurden stark abgewandelt, äh, teilweise bis zur Unkenntlichkeit oder aus drei Sets wurde eins gemacht oder aus einem Set wurde drei gemacht. Ähm, oder, ähm, sie sind gar nicht erschienen. Und gerade bei diesen Sets für Erwachsene, also wenn da alles auf den Markt gekommen wäre, wo ich vor zwei, drei Jahren gehört hab, dass es in solchen Umfragen abgefragt wurde, ähm, dann hätt's halt sehr viele Sets mehr gegeben, die nie gekommen sind. Also ... Und das könnte eben auch so was sein. Also bei mir ist ja jetzt so, bei meinen, meinen, ähm, mein Sammelwahn ist ja tatsächlich mittlerweile weg von Franchises. Ich bin ja wirklich, äh, sehr Ideas- und City-lastig momentan. Ähm, äh, heißt das, ich kann keine 6.000 Teile Sailbatch von, ähm, Jabba erwarten. Das möchte ich nicht sagen. Also zumindest so, wie sie da gezeigt wurde, wird sie nicht kommen, weil die ist nicht schön. Also die ist nicht gut gebaut. Die ist nicht detailreich, ähm, auch nicht detailreich zu bauen, weil die, ähm, die sieht halt im Film einfach so aus. Aber trotzdem, äh, ich will jetzt nicht sagen, das kommt nicht. Aber wenn jetzt, wenn da 2025 so ein, so ein Set kommt, äh, die UCS Jabba Sailbatch oder, äh, vielleicht auch Ende dieses Jahres das schon als UCS-Set kommt, dann wird das nicht so aussehen. Ja. Und, also das, was Sailbatch als UCS-Set kommt, ist jetzt nicht völlig unwahrscheinlich, weil natürlich ist das, äh, irgendwie eine beliebte Szenerie, die man toll umsetzen könnte. Oder auch, dass nochmal ein mittelalterliches Dorf kommt oder Lego darüber nachdenkt, die Ziege zurückzubringen, ist natürlich auch nicht unwahrscheinlich. Was, was ich, was ich sehr lustig finde, das muss ich ganz kurz nur erwähnen, ist, es gibt, ähm, bei dem Fuchsbau, äh, werden nur weiße, monochrome Minifiguren mit roten Haaren gezeigt. Das ist so mein absolutes Highlight. Das ist so wirklich aus diesen, aus diesen Leaks so mein absolutes, äh, Ding. Es sind viele Figuren, manche stehen sogar auf dem Balkon oder so, aber alle sind weiße, monochrome Minifiguren mit roten, äh, roten Haaren, ähm, bis auf, äh, Hermine. Äh, das ist für mich eher ein Zeichen dafür, dass das, äh, ein reales Set ist. Also diese Sets werden sich alle zu einem gewissen Status in der Entwicklung befinden, ne? Und der Fuchsbau scheint da schon relativ weit zu sein. Da sind dann 3D-Druckteile eingebaut, um gewisse Teile, äh, zu, zu, zu machen, die man so noch nicht hat als, äh, als offizielles Teil. Und dass die Minifiguren weiß sind, heißt, die Minifiguren sollen drin sein, aber die Designs sind noch nicht fertig. Mhm. Und das ist oft in Händlerkatalogen, sind weiße Minifiguren zu sehen. Oder auf Messen, wo Händler dann irgendwas sehen, sind weiße Minifiguren zu sehen, weil eben die finalen Figuren noch nicht fertig sind oder man nicht verraten will, welche drin sind. Also bei so einem kommt ein Star-Wars-Set zum Beispiel zu irgendeiner Serie, da stellt man dann einfach weiße Minifiguren hin, weil man sagen will, da sind sieben Minifiguren drin, aber wir sagen nicht welche, um nichts zu spoilern oder so. Ja. Ähm, deswegen beim Fuchsbau, ich halte es gar nicht für so unwahrscheinlich, dass der kommt. Oder, ähm, bei sowas wie der Sailbarge halte ich es auch nicht für unwahrscheinlich. Legend of Zelda, dass sie da in irgendwas arbeiten, ist auch mehr oder weniger klar, seitdem sie die, ähm, die IP bei Ideas verboten haben, dass sie zumindest darüber nachdenken, was zu machen, ist nicht unwahrscheinlich, dass irgendwas zum Thema Mittelalter wiederkommt, wie ein Dorf oder so, auch nicht unwahrscheinlich. Mit drei D-gedruckten Ziegen? Naja, wenn du halt als Set-Designer, äh, du, du kriegst dann den Auftrag, baue mal so ein Sketch-Modell von so einem Ding und dann sagst du als Vorschlag, ich stelle da eine Ziege rein, aber die Ziege gibt's bei Lego nicht mehr, du kannst also nicht mehr als Designer irgendwo hingehen, die eine Ziege aus dem Sortiment nehmen und dann sagst du halt, na, dann drucke ich halt grad schnell eine 3D. Das ist halt das übliche Vorgehen bei Lego. Das heißt aber nicht, dass die Ziege wirklich zurückkommt, sondern da hat halt mal jemand, der das Sketch-Modell gebaut hat, hat das da hingestellt und hat gesagt, so ist mein Vorschlag und dann geht Lego da mit in die Marktforschung und dann, wenn die Marktforschung durch ist und man dann sagt, wir machen das jetzt, dann wird da nochmal ja zig Review-Runden gemacht, um zu sagen, ah, ja, nee, Ziege können wir nicht weil und können wir nicht einfach nur die Kuh nehmen, reicht doch auch und sowieso ein Tier reicht und streich mal noch drei Minifiguren und baue das dafür anders. Und dann sieht's halt nachher einfach anders aus und das ist das, was mich jetzt an diesen Leaks stört. Die Leute sehen das und werden dann sagen, die werden sich in, ich weiß, wir werden in drei Jahren werden wir noch Mails bekommen, wo Leute sagen, ja, aber es gab doch mal dieses Bild von Baradour, wann kommt denn das endlich? Und ja, nee, das wird nicht kommen. Also, da bin ich mir ziemlich sicher, das kommt nicht. Zumindest nicht in der Form, weil das einfach kein gutes Modell ist und das wird auch dabei rauskommen. Mag jetzt sein, ich setze mich damit in die Nesseln ausgerechnet, Baradour wird doch umgesetzt. Ich weiß es natürlich nicht, aber das jetzt, ja, oder dass die Leute sagen, ja, warum ist denn jetzt das mittelalterliche Dorf ohne Ziege? Da kann ich nur sagen, wenn die Leute gesehen hätten, wie der Lego City Bauernhof mal ausgesehen hat, bevor der jetzt wirklich auf den Markt gekommen ist, dann hätten den auch viele Leute deutlich besser gefunden, als er in der Produktentwicklung war. Aber der ist dann halt verändert worden und dann waren die Leute nachher enttäuscht, weil, ja, ist da gar nicht drin, was man erwartet hat. Ich hatte letztens ja auch schon mal das Glück, dass mir ein Stormoran ein paar Sachen, übrigens auch lustigerweise, auf so einer Umfrage-App zukommen lassen hat, wo ich ein paar Sachen gesehen habe. Da habe ich dann natürlich auch nicht weitergegeben, nicht geteilt mit niemandem auf dieser Welt und da sind halt auch neue Sachen für City in der Befragung aufgetaucht. Und das ist dann halt auch so, ja, klar könnte man theoretisch darüber reden, aber das ist halt etwas, was die A-Voll-Szene wahrscheinlich null interessieren wird. Das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass das spannend wäre, aber gerade weil es halt, wenn es aus so einer Confidential-Ecke kommt, finde ich es immer schwierig, darüber zu reden, wenn die Informationen nicht frei verfügbar sind. Weil jetzt bei den Bildern muss man sagen, die sind jetzt nur mal draußen. Also du kriegst, wie sagt man, man kriegt das nicht mehr zurück in die Flasche irgendwas. Ja, der Geist kommt nicht wieder zurück in die Flasche. Ja, You can't be unseen. Das ist auch so ein bisschen. Genau, ja, es ist halt da und wir brauchen jetzt nicht zu tun, als ob es nicht da wäre. Aber ich finde es wichtig, Erwartungsmanagement bei den Leuten zu betreiben und zu sagen, also ja, diese Sets werden sich irgendwie in Entwicklung befinden, aber lange nicht in Produktion. Und wenn die rauskommen, dann sehen die nicht so aus, sondern werden mindestens mal noch verändert werden. Und ich glaube, vielleicht ein, zwei davon kommen dieses Jahr, könnten sein, und der Rest ist dann irgendwann später oder halt eben gar nicht. Und was ich jetzt noch spannend finde, ist für mich die Frage, wie kann das sein, dass das passiert ist? Und da gibt es für mich zwei Möglichkeiten. Weil letztlich der Vorgang ist ja, das ist ja eine Website, wo sich jeder anmelden kann und an diesen Umfragen teilnehmen kann, anscheinend keine NDA unterzeichnen muss und irgendein Marktforschungsunternehmen hat diese Umfragen erstellt. Üblicherweise hat Lego in den letzten Jahren aber die Sicherheitsvorkehrung bei solchen, bei allen Dingen eigentlich, wo es um irgendwelche Vorabbilder geht, extrem angezogen. Es ist, also alles hat tausend individualisierte Wasserzeichen, dass niemand das mehr veröffentlichen kann und wenn, ist der jeweilige Händler. Also da gab es immer die Händlerkataloge mit den Namen der Händler, die teilweise geleakt sind. Das ist immer ein Riesenproblem für die Händler. Das gibt es. Generell werden ganz viele Sachen gar nicht mehr, sondern du kriegst sie nur noch vor Ort gezeigt, kannst keine Fotos machen, darfst nicht so und so nah rangehen. Es werden, also überall hat Lego die Vorsichtsmaßnahmen angezogen und bei den anderen Marktforschungen, von denen ich gehört habe, war das nicht so, dass du einfach an der Umfrage teilgenommen hast, sondern das waren meistens halt mit Kindern involviert, weil es ja auch Spielzeug-Sets sind. Da werden Kinder irgendwo eingeladen, dann wird denen so erzählt, boah, und ich sei das Geheimagenten, dürfte das auf keinen Fall jemandem erzählen und so. Wird ein bisschen spielerisch gemacht, aber die Kids dürfen nicht davon berichten. Die Eltern dürfen auch nicht mit rein, da sind dann wirklich nur die Kinder bei diesen Dingern dabei und die spielen dann vor Ort mit irgendwas. Können natürlich keine Fotos machen und gar nichts. Ähnlich bei Erwachsenen. Auch schon mal das vor Ort, was gezeigt wird. Oder über irgendwelche Videoübertragungen, wo man dann erst mal noch zeigen muss, hier ist auch wirklich sonst keiner im Raum und so und in der Software kannst du keine Screenshots machen und alles ist irgendwie geschützt. Und hier, genau, NDAs musst du natürlich sowieso immer unterzeichnen. Ob Kinder das müssen, weiß ich nicht. Aber Erwachsene, immer nur von gehört, dass man irgendwie unterschrieben hat, ja, ihr dürft mir die Hand abhacken, wenn ich davon was weitererzähle. Und hier ist jetzt einfach so, ah, du willst 10 Cent dafür kriegen, an der Umfrage teilzunehmen. Ja, natürlich zeigen wir hier die Confidential-Bilder und du musst dafür keine NDA unterschreiben. Und das gibt für mich zwei Schlüsse. Entweder hat Lego oder dieses Marktforschungsunternehmen richtig, richtig doll Mist gebaut, was ich jetzt nicht ausschließen würde, dass das passiert ist, dass irgendwie vielleicht Lego das Marktforschungsunternehmen beauftragt hat, irgendwelche coolen Studien zu machen und das Marktforschungsunternehmen gedacht hat, wisst ihr, wie wir das super billig hinbekommen, indem wir das an so eine Website weiterleiten, wo man gegen Geld Umfragen machen kann, dann kostet uns das fast gar nichts, diese Marktforschung durchzuführen. Für den Fall wird Lego dieses Unternehmen in Grund und Boden verklagen, nehme ich an. Oder, was ja zumindest theoretisch möglich ist, Lego hat das einfach in Kauf genommen und es ist ihnen egal, weil sie damit irgendwas rausfinden wollen und keines dieser Sets wirklich in Entwicklung ist. Ich könnte mir sogar noch ein drittes Szenario vorstellen. Oh ja, gerne. Der Teilnehmer an dieser Umfrage hat vor 46 Wochen sich angemeldet, um seine 472 Punkte im Jahr damit zu machen bei den Teilnahmen und hat damals angeklickt, so, ja, darf ich nicht drüber sprechen, habe ich nie gesehen, dies und das und jetzt wurde das vielleicht auch zwei, dreimal bei irgendwie Peugeot oder BMW oder Nestle oder sonst irgendwelchen Umfragen einfach nochmal so einen Doppelklick erfragt, wo man nochmal zusätzlich sagen musste, dass man genau darüber nicht sprechen darf und bei Lego war das jetzt nicht so, aber grundsätzlich ist in der App halt enthalten, dass du nicht drüber reden darfst und das wurde jetzt nicht gemacht und der Teilnehmer hat einfach gedacht, so, weil er diesen Klick nicht nochmal wiederholen musste oder so, ist das jetzt einfach frei. So eine Unwissenheit halt so, schützt natürlich auch nicht vor Strafe, weißt du, wie ich meine, aber ... Also auch das ist ein völlig realistisches Szenario, dass der einfach einen großen Fehler begangen hat. Szenario Nummer vier ist, der hat alle total angelogen und hat natürlich eine NDA unterzeichnet und verarscht jetzt alle Leute nur. Szenario Nummer fünf ist, das sind alles Fakes und irgendjemand hat sich wirklich, wirklich, wirklich viel Zeit dafür genommen, sehr gut gemachte Mocks zu bauen und dann so Fake-Umfragen daraus zu erzählen. Ich hab da heute Morgen drüber nachgedacht und hab gedacht, da hätte ich richtig Spaß dran, aber es wäre mir auch wirklich meine Zeit zu schade, dafür das zu machen. Aber ... Lifestyle-Bücher. Bitte? Lifestyle-Bücher. Oh, das wäre ein fieser April-Scherz, so 17 Leaks zu bauen und zu sagen, ah, wir haben ja nur so einen Umfragen-Leak und Jonas baut jetzt das ganze Jahr über irgendwelche krassen Modelle, die wir dann zeigen, so, ah, ja, da hat Lego ... Nee, machen wir nicht. Aus 12.000 Teilen. Ja, also viele Möglichkeiten natürlich, die einen mehr wahrscheinlicher als die anderen. Wir haben, das kann ich jetzt schon mal sagen, alle beteiligten Unternehmen angefragt, sowohl die Website, wo die Umfrage gemacht wurde, als auch das Marktforschungsunternehmen, das die Umfrage erstellt hat, als auch Lego. Ich bin sehr gespannt auf die Rückmeldungen und warte die ganze Zeit darauf, dass mein Handy klingelt und ich den Podcast unterbrechen muss, um da ranzugehen, um Informationen zu bekommen. Aber ich hoffe eher, ich kriege schriftlich mal irgendwie ein Statement dazu. Und wir werden uns mit dem Thema bestimmt auch in irgendeiner Art und Weise im Blog noch auseinandersetzen. Aber ich glaube, oder ich vermute, wenn ihr den Podcast jetzt hört, dass ich noch nicht fertig geworden bin damit. Ja. Ehrlich gesagt war das jetzt auch schon fast ein bisschen meine Therapiestunde. Ja. Weil gestern Abend hat mir das so richtig den Abend versaut. Kann ich ganz ehrlich sagen. Ich bin weg von diesem Punkt, wo ich mich über Leaks freue, weil ich dann immer denke, ah, das wird jetzt ... Also, das aufzugreifen und vernünftig zu besprechen, ohne die Bilder zu zeigen und ohne einfach nur die Sets zu beschreiben, was auch irgendwie komisch ist, ist einfach schwierig. Und da gibt's keine guten Lösungen für. Aber ich verstehe, dass alle sich sehr über die Leaks freuen und irgendwie ein bisschen enthusiastisch sind. Und gerade bei Herr der Ringe, wo ich auch noch versuchen werde, rauszufinden, woher das Bild kommt und wie das da hingelangt ist in diesen gleichen Stil. Ja. Alles sehr, sehr interessant. Und wir halten euch auf dem Laufenden. Und wir werden in den nächsten zwei, drei Jahren sehen, was davon dann wirklich umgesetzt wird und wie es aussieht im Vergleich zu diesen frühen Entwürfen. und vielleicht können wir dann auch, wenn die Sets, also falls Sets davon vorgestellt werden, mal so beispielhaft erklären, anhand von so einem frühen Bild und einem fertigen Set dann, wie sich im Rahmen von so einer Marktforschung was verändern kann. Das fände ich nämlich, fände ich auch mal ein spannendes Thema. Ja. Ach, siehst du mal, jetzt sind wir quasi mit den Themen vor, vor, durch. Ich hatte mir ein Video angeguckt von Thiago, Thiago Cattarino. Ach, du meinst hier, du meinst Lese- und Schauempfehlungen. Ja, genau. Fremdzeug. Für Sachen, die nicht bei uns im Blog stattgefunden haben. Und Thiago Cattarino hat ein Video online gestellt vor ein paar Tagen über die Finnhüte beziehungsweise die A-Frame Cabin. Und da hat er mit den Teilnehmenden Designern, Grafikdesignern, Modeldesignern und so weiter ein Interview geführt. Knapp eine halbe Stunde. Es waren die zwei Grafikdesigner dabei, die verantwortlich waren für die Prints und die Minifiguren und auch für die schöne Gestaltung der Bauanleitungen. Da waren auch ein paar Sachen, die zusätzlich abgefragt worden sind. Wie kommt es, dass drei Modelldesigner an so einem Set arbeiten? Oder wie kommt es zu den Änderungen, die im Gegensatz zu der Vorstellung gemacht sind? Was waren die größten Herausforderungen? Und so weiter. Ganz tolle Sachen. Auch so ein bisschen über Easter Eggs haben sie ein bisschen gesprochen, aber auch nicht alles. Sie haben auch nicht ganz klären können, ob die Autotür ein Handtuch oder Toilettenpapier darstellen soll. Ja. Eindeutig Toilettenpapier. Bitte? Das ist eindeutig Toilettenpapier. Okay, Handtuch. Einfach nur, um das andere zu sagen. Und das war ein sehr interessantes Ding. Und gleichzeitig hat Thiago, beziehungsweise die Designer, auch nochmal darauf hingewiesen, auf den Fangesigneter, den Fandesigner, Andrea Lattanziano, der auch ein ganz tolles Gespür für Bauformen hat und sowas und der ziemlich auffällig es nicht schafft, Teile auf Noppen richtig drauf zu drücken. Das ist halt so sein größtes Stilmittel. Macht mich persönlich wahnsinnig. Aber muss jeder für sich selbst entscheiden. Da haben wir schon ausführlich drüber gesprochen. Ja, muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber zum Beispiel auch der Tank. Es gibt so eine, in Okten, so eine, in den Farben von Okten, ein Kanister für Sprit, der hinter dem Haus steht. Und der ist zum Beispiel aus einem Modell von Andrea Lattanziano aus einer Werkstatt, die er gebaut hat. Aus einer Autowerkstatt oder Zweiradwerkstatt, die er gebaut hat. Und genau da stand in einer Ecke nämlich so ein Kanister. Und das haben sie einfach als Referenz mit übernommen. Und das sind halt so tolle kleine Insights. Und sie haben ja auch ein anderes Set, was er bei Lego Ideas schon mal eingereicht hat, als Print verewigt und sowas. Aber das sind so viele interessante Sachen. Das hat mir richtig Spaß gemacht, dieses Interview zu gucken und danach noch mal mich ganz besonders durch diese, durch seinen Instagram-Account durchzu... Also es gibt auch einen Flickr-Account, da ist aber ein bisschen weniger mittlerweile drauf, als auf seinem Instagram-Account. Deswegen würde ich den Instagram-Account hier tatsächlich hervorheben eher. Aber wir können ja trotzdem Thiagos Video auch noch in die Bonus packen, dann könnt ihr euch das auch noch anschauen. Ja, macht auf jeden Fall Spaß. Also das ist so mein Input aus der Lego-Welt heraus. Dann lass uns doch in das Leben nach Lego einsteigen. Ja, ich hab bei mir eigentlich nur eine Story, die ich gerne noch erzählen würde. Du hast ein paar mehr Sachen, deswegen würde ich sagen, wir fangen bei dir mal an. Du hast die Anzahl überzogen, mir aber versprochen, dass da auch ein paar kurze Punkte dabei sind. Ich würde tatsächlich gerne anfangen mit dir. Tatsächlich? Wirklich? Ja. Kannst du vielleicht anfangen, weil ich hab nur eine ganz kleine, witzige Sache dazu. Das war das Witzigste, was ich diese Woche gesehen hab. Ich hab nicht viel Witziges gesehen. Ich kann direkt mal vorab sagen, ich hab extrem zu kämpfen mit meinen Depressionen aktuell und hab wirklich eine schlechte Phase. Deswegen ist jede Kleinigkeit, die ich lustig finde, großartig gewesen für mich diese Woche. Weil es mir gesundheitlich wirklich so schlecht geht und ich wirklich so richtig Lagerkoller und bläh. Deswegen hau du mal ganz kurz deinen Fail raus. Ja, direkt den Arbeitstitel. Danke für nichts, DAL. Und zwar haben wir ja unseren Adventskalender gemacht und am 6. Dezember haben wir euch ja gebeten, ein Gedicht für den Nikolaus zu schreiben. Das haben auch viele Leute gemacht und wir haben den Hauptpreis dann verlost, weil wir es einfach durch Zufall quasi machen wollten. Aber wir haben gesagt, die Leute sollen sich Mühe geben und es gibt dann Sonderpreise für die coolsten Gedichte. Unter anderem gab es ein Gedicht von einem Leser, der was auf, ich habe die Sprache vergessen, geschrieben hat. Der kam aus Spanien. Der hat nicht auf Spanisch geschrieben, sondern so eine, ich finde es jetzt auf die Schnelle nicht. Auf jeden Fall hatte der, weil ich das cool fand, dass er so ein bisschen einen anderen Ansatz hatte, habe ich gedacht, hey, dem wollen wir auch was schicken. Ist ja cool. Schicke ich halt ein Paket nach Spanien. Und genau, auf Baskisch hat er geschrieben. Ich habe es nebenbei doch nochmal rausgesucht. Auf Baskisch ein kurzes Gedicht. Und habe dann, er hat in Spanien gewohnt, blieb mir nichts anderes übrig, als internationalen Versand zu machen. Und da es zu groß war für einen Umschlag, war es ein internationales Paket. Das kostete 12,99 Euro. Der Wert im Innen des Pakets vielleicht 5 Euro. Da beißt man sich ja schon mal immer so in die Hand und denkt so, naja, ist jetzt egal, geht jetzt nicht anders. Machst du halt. Also habe ich das internationales Paket verschickt. Wer schon mal ein Paket mit THL international verschickt hat, weiß, man kann da ankreuzen, ob man das im Falle eines von Nichtzustellbarkeit zurückhaben möchte oder, was halt kostenpflichtig ist, oder ob man es preisgibt, also vernichten lässt. Dann habe ich natürlich gesagt, naja, bei 5 Euro Inhalt lasse ich mir das nicht kostenpflichtig zurückschicken. Dann ist es halt weg, soll vernichtet werden. Ich habe jetzt auch die Pakete nicht alle weiter verfolgt, aber gestern klingelt hier unsere Postbotin und drückt mir so ein Paket in die Hand und sagt, ich brauche 10 Euro von dir. Sag ich, wie? Sag ich, ja, also das Paket hier muss zurückgeschickt werden, muss zurückgeschickt werden, es kostet vielleicht 10 Euro. Ich habe gesagt, nee, ich habe extra angekreuzt, es soll vernichtet werden. Ja, kann ich jetzt nicht ändern, also weil, wie gesagt, nick meinen Bereich hier, mach selber, kümmere dich drum, aber ich kriege jetzt 10 Euro. Ich sage, ja, gut, nützt jetzt ja auch nichts, da meine Postbotin anzuschnauzen, weil die ist total lieb und die kann er ja nichts für. Also habe ich ihr 10 Euro in die Hand gedrückt, habe dafür eine Quittung gekriegt und hatte dann also zu diesem Zeitpunkt jetzt 22,99 Euro für einen nicht erfolgten Versand eines Pakets nach Spanien bezahlt. Auch sehr toll. Und habe dann gedacht, aus Prinzip setze ich mich jetzt hin und reklamiere das bei der DHL und ja, also hat jetzt nicht so wirklich eine Pointe, aber es hat einfach eine halbe Stunde gedauert, diese Reklamation bei der, der DHL noch zu machen. Und ich habe dann gedacht, dass, ob sich das jetzt finanziell lohnt, weiß ich auch nicht, ob ich die halbe Stunde nicht besser in irgendwas in Arbeit gesteckt hätte, als da rein. Aber ich habe mich so aufgeregt, dass man extra ankreuzen kann, ob das vernichtet werden soll oder nicht. Aber naja, sie haben es nicht vernichtet, sie haben es zurückgeschickt. Danke für nichts, DHL. Und ich muss jetzt noch dem Leser, der das Gedicht geschrieben hat, eine Mail schreiben und sagen, hey, dein Paket ist nicht angekommen. Können wir das irgendwie anders klären, weil ich werde nicht noch mal für 13 Euro das Ding darunter schicken, um es wieder zurückzubekommen, weil an irgendeiner Stelle das Ding nicht zustellbar ist. Tja, tragische Geschichte. Bei mir war auch DHL am Start und hat mir ein Paket in die Hand gedrückt, wollte tatsächlich auch kein Geld dafür. Das sind die schönere Pakete. Vorab bezahlt. Das Witzigste war aber, dass mein DHL-Bote, ist ein anderer als sonst üblich gewesen, der kam mit einer Uschanka. Ich weiß nicht, ob du die weißt, was das ist. Das sind diese russischen Mützen, so Fellmützen meistens, mit so Ohrenklappen, die du so über die Ohren zubinden kannst. Und er hatte diese Ohrenklappen auch unten, aber nicht zugebunden. Und die schlabberten dann so wie bei so einem Hund. Die großen Ohren. Moment, aber das war jetzt eine Arbeitsmütze von ihm in DHL-Farben? Nein, das war tatsächlich so, passt zu nichts. War so hellbraun mit so einem komischen, keine Ahnung, sah aus wie so ein uralter toter Fuchs. Ich weiß auch nicht, ob es wirklich Pelz war oder Fake-Far oder sowas, kann ich dir nicht sagen. Aber es sah so lustig aus. Ich habe nur gesagt, geile Mütze. Und das war ein Geld, die mir angenommen und der ging lachend wieder weg. Das war so witzig. Ich wollte jetzt gerade sagen, wenn es das Ding in DHL-Optik gibt, dann will ich das haben. Also ich stelle dir mal vor, so eine gelbe Mütze, wo DHL vorne draufsteht, da mit so rotem Fell, dass du die noch so über die Ohren machst, um warme Ohren zu haben. Das wäre mal cooles Merchandise. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob er DHL oder Post war, weil er hatte blaue Klamotten an, also komplett blau, dunkelblau mit Gelbzeug. Also vielleicht war es auch nur Deutsche Post und nicht DHL. Aber ich fand es so witzig. Bei uns ist es auch wirklich frozen cold. Und ich verstehe das voll, dass man so eine Mütze aktuell anzieht. Aber es sah so geil aus mit diesen Schlammerohren. Einfach super. Unter anderem hat er mir übrigens eine weitere Möhre gebracht, also aus der Minifiguren-Serie. Richtig liebevoll, vielen Dank an Hörer. Ich nenne jetzt mal keine Namen. Er hat auch einen Brief reingesteckt. Den habe ich jetzt gerade nicht parat liegen. Er hat auch reingeschrieben, ich kann es vorlesen. Wäre jetzt keine große Bereicherung für den Podcast, glaube ich, gewesen. Der liebe Brief, der war aber wirklich sehr lieb. Und hat mir noch viele andere Figuren mitgeschickt. Und war richtig geil. Ich bin momentan auch so am Sortieren. Ich habe es echt gefeiert. Wirklich. Es war ein richtig cooles Paket wieder. Ich bin momentan wieder in so einem Ding, wo ich mich über so Kleinigkeiten am allermeisten freuen kann. So, ich weiß, ich habe noch ein paar andere Sachen auf meinen Wunschzetteln und kaufe dann vielleicht auch das eine oder andere über meine Verhältnisse zwischendurch mal. Aber tatsächlich, das ist wieder sowas, wo ich mich so richtig mega gefreut habe. Und worüber ich mich auch gefreut habe, ist, ich habe ein bisschen Disney geguckt, jetzt in den letzten zwei Tagen mit meiner Ex-Freundin. Und wir haben beide so ein Fallback aus der Gastronomie. Also sie hat in der Gastronomie gearbeitet. Ich habe in der Gastronomie gearbeitet. Ihre Eltern haben Restaurants gehabt und sowas. Ihre Oma hat ein Restaurant gehabt. Ihr Opa hat ein Restaurant gehabt. Oder eine Gaststätte. Ihr Onkel hat eine Gaststätte gehabt. Also es ist wirklich schon so, wir sind Gastronomie erfahren. Und wir haben The Menu geguckt auf Disney+. Und der Film ist nicht so mega bewertet, bei zum Beispiel IMDb. Ich glaube, er hat sieben Komma zwei Sterne oder so. Aber wir haben uns nach dem Film angeguckt und haben gesagt, zehn Sterne, definitiv. Der Film, wenn du jemals in der Gastronomie gearbeitet hast, du kannst alles in dem Film nachvollziehen, was da passiert. Und ich muss zugeben, ich glaube, ich habe die zwei Stunden und x Minuten, die der Film dauert, mit einem bösartig süffisanten Grinsen vor der Glotze gesessen. Das ist ein Horrorfilm. Er ist nicht, also es sind keine Jumpscares oder sonstiges, es ist eher so eine Psychoanalysen-Studie. Richtig krass. Kann ich nur empfehlen, wenn man da in der Dingsbums ist, in dieser Bubble, in der Gastronomie, guckt euch den Film unbedingt an. Und vielleicht ein bisschen Genugtuung bieten. Und ich habe Black Panther noch geguckt. Der kam vorgestern raus, am Mittwoch. Und Black Panther, Wakanda Forever. Und ich fand richtig geil, wie sie damit auch Chadwick Boseman, der ursprüngliche Black Panther war in den ersten Filmen, ein Denkmal gesetzt haben, was ich richtig toll fand. Ich habe auch ein bisschen Tränen vergossen, muss ich ehrlich sagen. Aber das ist halt für mich ein richtiges Highlight an dem Film gewesen. Ich fände den auch sonst richtig gut. Will auch gar nicht so viel dazu erzählen, aber ich finde es halt geil, wie sie ein bisschen, das macht ja von Fathom Furious auch, immer mit Paul Walker, dass sie sie immer wieder integrieren, dass irgendwo ein Auto ankommt oder sonst irgendwas, dass es zu spät zum Grillen kommt oder sonst irgendwie in dem Film vorkommt, obwohl der Schauspieler Paul Walker ja verstorben ist. Und das fand ich halt bei Black Panther noch besser gelöst. War richtig gut. War ein richtiges Denkmal, was sie ihm gesetzt haben. Grandios. Mein letzter Punkt ist ... Ich kann zu beiden Filmen noch nichts sagen, weil ich beide noch nicht gesehen habe und beide noch sehen will. Dementsprechend will ich jetzt auch nicht zu viel nachfragen, weil ich mich selber nicht spoilern will. Aber ich habe auf beide Bock. Das Letzte ist nur, ich habe das Lego City Magazin bekommen und da ist jetzt das Lego-Männchen, was immer so optional da drin ist. Also, was ist optional? So ein kleines Lego-Set, also eine Art Polybag. Das ist jetzt aus Papier. Fand ich spannend, das jetzt zu sehen. Es ist auch eine neue Verpackung grundsätzlich. Drumherum. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt besser recycelbares Papier ist, aber es hat jetzt einen blauen Engel auf der Plastiktüte, was ja auch ein Umweltsignal ist. Und dieses Lego-Tütchen, das Lego City-Tütchen ist jetzt aus Papier. Finde ich spannend. Finde ich ... Schön, ja. Finde ich interessant. Aber das war auch so alles. Und damit würde ich sagen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis nächste Woche. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, wieder diese Freude. Ich hoffe, wenn wir das nächste Mal miteinander sprechen, kannst du ... oder können wir noch mal ein bisschen detaillierter über die Ringe sprechen und du kannst vielleicht ein bisschen die Begeisterung nachempfinden, aber vielleicht holen wir auch jemanden dazu, der sich auch noch dafür begeistern kann. und dann holen wir im Zweifelsfall einfach die Streitgespräche noch mal nach. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Und ... Möge der Stein mit dir sein. Genau. Das war die Helmut-Collection und wir hören uns nächste Woche im Podcast wieder oder wir sehen uns nächste Woche im Quatschen und Bauen Livestream. Bis dahin, seid vorsichtig. Ihr freut euch an den Leaks, aber ihr erwartet nicht zu viel. Tschüss. 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 Vielen Dank.